ne? Der ist Hammer. Ha, ich ein klein Hammer-Soundtrack. Ui. Ich find das so geil. Ich hab auch immer überlegt, ob ich einfach mal selber irgendwie in der Lage wäre, Musik zu machen, weil eigentlich brauchst du nur ein paar Töne. Eigentlich brauchst du nur ein paar Töne, so ein paar Beats und dann lässt du halt laufen, ne? Krieg ich nicht hin? Bin ich zu blöd für? Ich hab ja kein musikalisches Gehör. Ich kann es vergessen, wie hübsch es doch ist. Oh, seid ihr alle wach? Tag 12. Wir haben elf Leute mit elf Häusern. Wir haben den ersten Boss umgesiegt. Also Boss. Ja, von den Leuten. Keine Ahnung. Ich muss mal hier alles rüberschieben. Sorry. Sorry. Wollt nicht schubsen. So ein bisschen. Ja, drei Stunden haben wir schon reingesessen. Das ist doch okay. Drei Tage in einer Stunde. Na, Holla. Ich weiß auch gar nicht. Also ich schätze mal, es gibt ein Story-Ende. Ich weiß halt auch nicht. Ich könnte aber doch drauf wenden, dass man vielleicht am Ende sogar Openplay hat. Dass man dann sagen kann, ja, spielst du halt einfach weiter, ne? Also kannst du halt noch das und jenes machen. Wir müssen Tintenfisch und Hummer fangen. Ist gerade Nacht geworden. Was haben wir denn überhaupt? Wir haben hier Holz. Und Stein. Ich muss wieder gedrückt halten. Ihr habt kein Pupu und kein Kaka gemacht. Das ist gut. Ach ja, genau. Ich weiß. Hilft mir doch bitte mit meinem Kult-Totum. Ich kann das auffangen? Warte. Was ist das? Was kriege ich dann? Wo ist mein Inventar eigentlich? Habe ich ein Inventar? Ich habe ein Inventar. Ich war da auch schon ganz oft drin. Hm. Kaka habe ich noch dabei. Das Bewegungstemper deiner Anhänger erhöht sich. Kann ich das verschenken? Goldbarren habe ich noch übrig. Goldklump. Ach so, die Schmelze fehlt ja auch noch. Hm. Den Leuchter müssen wir auch noch reparieren. Seht ihr mal? Verdrängt alles. Wir waren ja noch mal drüben gewesen irgendwann. Man kann auch wunderbar hier fangen. Das geht echt super. Ach doch, ich war gerade fragen, ob ihr überhaupt beigetragen habt, weil das bei Twitch ja so niedrig ist. Aber ich glaube, das darunter zählt nicht. Hey, ich habe doch beigetragen. Ich gucke kurz um, ob ich verbunden bin. Nicht, dass es gerade nicht zählt. Ich muss jetzt über das Inventar machen. Ist angeblich dran. Ich gucke eben noch mal ganz kurz nach. Hm, das mag ich ja gar nicht. So sollte es nicht mehr funktionieren. Oder wüsste einer von euch was, dass man das nochmal neu connecten müsste oder sowas? Ich gucke einfach nochmal durch eben. Ich habe ja eigentlich alles eingerichtet. Es lädt. Neu, ja. Ach, seht ihr mal. Genau. Bei Twitch ist jetzt das Charity-Event, so ein eigenes zu kreieren, irgendwie neu gewesen. Aber ich weiß nicht, warum ich so was machen sollte mit meiner Reichweite. Ist doch lächerlich. Und für, ja, danke. Ja, auch wenn ich es neu schaue, da liegt immer noch. Keine Ahnung, ob es gerade irgendwie Connection-Probleme gibt oder sowas. Bisher eine amerikanische Hilfsorganisation oder weltweite. Ja, ne, ich hatte, ähm, eine mit, äh, Tieren immer mal unterstützt gehabt noch. Paws for, oder irgendwie, Paws oder irgendwas hieß die mal. Ähm, also bringt halt noch nichts, ne. Und ich habe jetzt schon mal ein ungefähres Datum, wenn das so hinhaut. Die meisten, also die meisten haben bisher abgestimmt für den, oh, lass mich jetzt nicht lügen, 16. Ja, also das Wochenende, 16. bis 18. Dezember. Ich glaube, das ist es. Wo wir unseren Streamclash machen. Weil irgendwie, es gab ja schon hier und da so ein bisschen Streamclash. Guck mal, hier sind Bilder, hier sind unsere Teammates, aber keine Informationen und das war nicht mein Untersetzer. Nein, ich war das nicht. Ich behalte meine Hände immer bei mir. Ähm, genau, also das Streamclash wird wohl auf jeden Fall im Dezember stattfinden und irgendwie ganz dämlich zwischen den Feiertagen halt. Also wir versuchen natürlich zu gucken, dass die Leute eventuell nicht alle bei den Familien sind, dass wir halt aber auch das irgendwie nicht unbedingt an irgendeinem Adventstag machen. Keine Ahnung und ich denke mir jetzt halt auch so, na gut, ganz ehrlich, ich habe ja auch am 13. Geburtstag, irgendwann will ich auch mein Ding machen. Und viele Möglichkeiten haben wir nicht, weil die alle rumpimmeln von wegen, da sind noch andere Hilfsorganisationen, die ja, also, also nicht Hilfsorganisationen, da sind auch andere, die halt immer ihr Ding machen. Ich weiß gar nicht mehr, wer da noch gerade aktiv ist. Ich weiß es gerade echt nicht. Ich kenne die ganzen Streamer oder halt auch Gruppen überhaupt nicht und da sind halt noch mindestens zwei größere Gruppen, die auch was machen. Und wo sie dann meinten, die müssen wir warten, bis die fertig sind. Da können wir nicht parallel was machen, weil es ist ja unsere Reichweite kleiner, verstehe ich. Aber ist so, ja und wir machen eine ganz andere. Im B, Hallöchen, Hallöchen. Also ist so, egal, ich kenne die nicht. Es interessiert mich nicht. Wie wir das jetzt durchziehen und so. Ich weiß nicht, ob sich das da so lohnt. Hoffentlich war das, dass die anderen so ein bisschen fertig sind, weil was hat mich mit den anderen so zu tun, ist halt mein Gedanke. Können doch auch unser eigenes Ding machen. was wir auch machen, aber ich frage mich halt, wenn, ganz ehrlich, wenn irgendwie diese großen oder größeren Streamer dann halt irgendwie ihre Events machen für Charity und wir eine Woche später dran sind, sind das dann wirklich dieselben Leute, die dann noch was teilen? Oh, verdammt. Verdammt. Ach, der Travi. Ich bin Halldführer. Ich lese direkt immer so, nein, nein. Ein Chat wird nicht gerannt. Bist du gerannt? Ein Tattoo machen lassen? Es ist nur ein Henna-Tattoo. Es ist nicht mal echt und es sieht halt echt crappy aus. Ach, Travi. Ich bin verliebt, aber Apfel weiß gar nicht, dass es mich gibt. Könntest du zehn Blumen aus dem Düsterhals für mich sammeln, damit ich meinen Schatz den Hof machen kann? Travi, nein. Nicht den Apfel. Nee, sehe ich nicht kommen. Nee, sorry. Ich will nicht, dass sie zusammenkommen. Oh, Kacke. Oh, was will ich denn? Ach nee, Shadow wischen wir irgendwas. Der muss kurz warten. Ich muss eben erst mal kochen. Ey. Das läuft hier wieder. Krass, Mahlzeit. Wir müssen ja keine Kacke essen, Himmel. Guten Bieren. Lecker Fisch. Schlechte. Äh. Ach, die haben ja mehrere Sachen, die sofort verliebt. Oh Gott. Ja, wir gehen dann mal mit der Erschöpfung. Hm, hm, hm. Bisschen kochen hier. Wir müssen gleich mal gucken, ob das mit dem Kulttotum funktioniert. Irgendwie, es hat sich jetzt auch leider nicht über Twitch verbunden, gerade. Guck mal, das geht gerade gar nicht. Warte mal, Moment, Moment, Moment. Ich will erst mal kurz das Bett hier. So. Ja, Shadow. Oh Gott. Oh Gott. Mein Glaube ist erschüttert. Ich durchschaue deine Lügen. Du bist ein Betrüger und ich muss es den anderen erzählen. Verdammt, der hat mich durchschaut. Ja, ich glaube auch. Ha. Abweichler. Shadow der erste Abweichler. Wunderb ich jetzt echt nicht, ne? Oh, mir geht eigentlich ganz gut. Und selber so. Okay, oder Totem erweitert. Ich guck gleich mal. Und andere Anhänger könnten beeinflusst werden. Ha. Gefängnis. Oder einfach Opfern. Okay, 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 okay. Oh ja, mein Glaube ist halt echt. Wir gehen mal Party machen. Moment. Wir machen mal ganz fix hier eine kleine Predigt. Guck mal hier, meine kleinen Schäfchen. Oh nein. Wer war nochmal so alt? Katrugel? Bin mir grad echt nicht sicher. Ne, warte, Schipi war das doch. Nix gesagt. Oh ja. Leben ist gut. Wusstest du grad gar nicht, dass du mit der Predigt auch nochmal Sachen bekommst? Haha. Er liebt mich. Achso, ja, über die Sachen voll sammelt. Genau so rum. Ich bin glaub gar nicht Mitglied. Ne, ich glaub auch nicht. Müssen wir mal gucken. Kurz Krone. Neue Doktrin. Ich hab keins, aber hier. Ne, hab ich doch auch nichts. Ah, das hab ich. Verliebt mich. Hab mich gern. Täglich Brot. Was passiert denn, wenn eins voll ist? Inspirieren oder einschüchtern. Auf zwei Tage lang bloß 10% härter Arbeiten. Ersetzt das Segnen. Mal gucken. Konterbier mehr lieber. Ah, nur Fantacorn. Schade. Ja, wenn du keinen Kaffee wählst, hast du halt Pech, ne? Dann ist halt nicht. Inspired. Inspired. Ich weiß gar nicht, wer von euch dieses Meme kennt. Ist halt richtig dämlich. Aber gibt so ein D&D-Ding, dass halt der Bader eigentlich nutzlos ist, ne? Aber er kann halt inspirieren. Dann ist halt eh alles cool. Dann ist immer nur inspired. Ja. Anhängerbefehle. Okay. Wieso guckt ein Zähn schon wieder so kacke? Was ist denn hier los mit euch? Ach, Kinders. Ach, Tim. Tim, 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 Tim. Ab ins Bett erstmal. Was wollte ich noch machen? Das Totem muss man hochziehen. Mal gucken. Ach, Apfel ist ja auch krank. Ab ins Bett. Und meint ihr hier das da? Nee, das ist sowas anderes, ne? Ich mach das nochmal hier rüber eben. Ich hoffe, das zählt dann noch, ne? Ich hoffe, ihr habt eure... Ne, ich geh jetzt auf das unterste wieder, auf diese Dingsis, und dann mach ich's ja einfach nochmal neu oder sowas. Ich weiß halt nicht, wenn ich's jetzt deinstalliere, ob ich's dann nochmal komplett neu machen muss. Das ist halt kacke. Hab halt versucht, das zu konfigurieren, nochmal durchzugehen, aber das Problem ist, er lädt nicht. Ob jetzt geht's auf einmal, danke. Dankeschön. Hey, ja, aber das ist doch alles in Ordnung. Die Channel-Punkte irgendwie, die sind doch da alles. Ist doch alles da. Hm. Ja, dann warte damit mal noch kurz. Dann ist okay. Dann können wir die vielleicht gleich zurückgeben. Das ist doch auch dämlich. Ich hau's nochmal raus. Und wieder rein. Geht das hier rüber vielleicht nochmal? Ich mach nur komplett Abmeldung jetzt überall. Dann nochmal Spiel verbinden. Das ging ja eigentlich an sich auch ganz schnell. Das, äh, doch. Das geht bestimmt ganz schnell hier. Nix drücken. Nur dreimal Hallo sagen. Ja, das war egal. Totem-Dinger, keine Witze, Premium-Skins. Und das müsste doch eigentlich auch schon gewesen sein. Fertig. Hm. Fertig. Müsste. Ich guck gleich nochmal, wie's jetzt aussieht. Im letzten Mal hat's ja sogar funktioniert, dass wir noch das Spiel gestartet hatten. Ach, guck mal, was da ist. Hm. Nee, geht alles. Guck mal, schon halb voll wieder. Da steht zwar jetzt unten null von zehn Beiträge, aber es ist ja oben, äh, voll. Das heißt, wenn ich einmal kurz draußen wieder reingehe, geht das ja auch. Doch, sag mal. Ja, meine... So auf ihr Mojo bekehren. Mehr ziehen. Wo stand er gerade links? Der Abweichler wurde heute bereits mehr erzogen. Okay. Ah, ha, 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 ha. Es gibt nichts zu essen. Achso. Da kann man die nochmal dazu ziehen, was zu essen. Ah, okay. Ja. Jetzt hat auch links gezählt. Genau. Das klappt schon. Ach, jetzt sind auch auf fünf von zehn. Ja, genau. Dann ist doch wieder alles gut. Also abgesehen davon, dass wir ein Problem haben. Ein großes. Wie kann ich so ein Dingsi bauen? Brauchen ein Gefängnis. Was ist bei Cloud? Nee. Tempel. Au, das ist ja auch neu. Eine heilige Mission schicken. Ah, cool. Ich habe kein Geld und kein Holz. Ich meine... So ist noch gar nicht gesehen zu haben. Das müssen wir auch erst freischalten, oder? Betet. Los. Habe ich noch kein... Da ist es. Gefängnis. Ha. Kacke. Ja. Ja. Es ist noch nicht da. Na toll. Tim und Apfel müssen sich erst mal noch auskurieren. Der Respekt betet und arbeitet. Tja, ich brauche halt auch Sachen, ne? Ich will mich hier mal noch ein bisschen reinhauen. Ha. Keine Kacki mehr. Also, lass. Er ist noch Kacki. Ach, mein Schimm. Du wirst schon wieder. Ich glaube an dich. Ach, Gott, ey. Also, es kann auch wirklich an dem Essen liegen, wenn sie diese Gras-Mahlzeit, glaube ich, bekommen, ne? Das hinkt ja echt stetig. Eklig. Ich warne euch, ne? Ich warne euch. Scheiße hier. Ich kann jetzt nichts mehr machen, ne? Hm, hm. Je nach wollte ich, glaube ich, mal gucken. Hier, Abdingzeit läuft noch. Den Geist eines Anhängers auf eine höhere Ebene. Hm. Also, wir könnten jetzt rein theoretisch ihn einfach auch opfern. Er hat sich die ganze Geschichte erledigt. Oh, ich hab ne Idee. Entschuldigung, aber... Shibi ist halt vielleicht einfach schon 53, ne? Also, das hier sind schon nur plus 20%, aber... Ich überlege halt gerade echt, ob ich Shibi opfern sollte. Shibi, denkt dran, es ist fürs allgemeine wohl. Die Alten sterben eben zuerst. Was warst du? Ähm. Für Friedenssorgen. Yeah! Party! Jetzt haben wir sogar... Ein paar Knochen, noch ein bisschen Fleisch. Ist das eklig. Ja, das war das Opferschaf. Oh nein, warte. Ich hab... Doch, ich hab Knochen bezahlt. Ich hab was anderes bekommen. Was anderes hab ich bekommen. Was war das? Ach doch, ich hab... Anhängerfleisch. Haar. Und ein Häppchen. Das ist wirklich geschlachtet. Aber jetzt ist halt der Glaube wieder gut hergestellt, ne? Durch, dass du ja dann hier anfangen, noch mehr zu zweifeln. Aber bei ihm die Gedanken sind ja auch so. Haar. Welch ein Segenzeuger, als solches Wunder ist zu sein. Und dann der Glaube an den Kult ist zu niedrig. Ich muss umherzogen werden. Ich will aber. Gib dir. Ja, Shadow ist immer noch ungläubig. Also das wird sich jetzt so schnell nicht ändern, aber nur auf halb. Ich geh mal gucken, was ich mache. Ich geh mal gucken, was ich machen kann. Bisschen Stein, bisschen Holz. Und den Leuchtung zu reparieren und ein bisschen angeln, ne? Achso, noch reisen. Ich bin direkt wieder vergessen. Du müsst auch noch mal nach oben gehen. Aber jetzt auch schon lange nicht mehr. Er will den Hammer. Äh, Hammer, hm. Hinten Fisch und Hummer. Wie lange hat das hier hinten? Wollt mal gucken. Dieses Schafes eskaliert einfach immer so, ne? Naja, Mist, ey. Ritzen hier. Ja, ich hab's halt nicht, ne? Das ist dann halt das Problem. F2D wird das. Jeden Tag ein bisschen, äh, umherziehen. Wird vielleicht auch schon funktionieren. Wenn nicht, dann müssen wir die halt morgen opfern. Sprechstundenhilfe. Warum tragen Sie eine Augenklappe? Ich bin Piratpatient. Ha, Privatpatient. Äh, Piratpatient. Ach, Mann, ey. Üble Geschichte, üble Geschichte. Ne Krabbe. Hm. Hm. Der will abhauen. Habe ich echt kein Glück hier mit den Fischis. Fischi, Fischi, Fischi. Ich kann auch, glaube ich, auch gar nicht aus allen Fischen irgendeine Fischmahlzeit machen. Ist wieder ein Oktopussy. Ach, Mensch. Was wollte eigentlich der hier nochmal? Den wir hier gequatscht haben. Bin mir nicht mehr sicher. Hm. Kann ich den... Repariert. Kann man den besten Wünschen übrig? Ja. Was machen Piraten den ganzen Tag? Sie Piraten. Ach. Unsere Gebete wurden erhört. Ergut ihr auch erleuchtender, dass du uns das Lamm zu unserer Rettung geschickt hast. Jetzt werden die Pilger wieder an unsere Küsten zurückkehren. Um das Licht wieder zu entfachen, verpflichten wir uns dir. Wir sind deine unterwürdigen Diener. Mächtiges Lamm. Wir werden dich und ein großes Licht an diesem Schrein anbeten. Ach ja, das ist geil. You noise. Damit kann ich schon eher arbeiten hier. Ein bisschen mehr extra. Ja, okay. Okay, okay, okay. Oh, der Abwechler wächst hier. Ah, Shadow, ey. Na, gerade wieder ein bisschen gesunken. Ein bisschen gestiegen irgendwie. Jetzt ist er wohl hier draußen. Ist er voll süß. Die haben Shop aufgemacht. Hallo, Fufu. Wunderschönen guten Abend. Oh. Große Anführer am Lichte. Was weißt du über Taroka? Nein, 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 gar nicht. Ich kann sie nicht verwenden, aber ich finde sie häufig, wenn ich am Meer spitzeln gehe. Obwohl sie zur Hälfte Wasser liegen oder im Sand vergraben sind, reisen sie nicht und sie verformen sich auch nicht. Ist das nicht merkwürdig? Manche behaupten, die Karten würden das Schicksal verraten. Ich sage, die Karten sind je 25 Geld wert. Ähm, nein, danke. Heute nicht. Ich hatte einst einen Liebhaber, der zur See fuhr und nie zurückkehrte. Früher legte er immer Blumen vor meine Tür. Blumen passen am besten zu den Jungen und Schönen. Bei mir sind sie nicht mehr am richtigen Platz. Oh, oh, oh. Bitte kauf sie mir ab. Sie machen mich nur noch traurig. Oh, nein. Ackerpartiellen Schild. Ein Heubahn. Einfach nur Dekoner. Ja, das fühlt sich aus, ich kriege kein Geld übrig, Mann. Pleite, wie immer. Ausverkauft. Ach so. Freigeschaltete Anhängerform. Entschuldigung. Ein bisschen im Kreis rennen. Die betet jetzt einfach fleißig. Die sind der Hammer. Die sind der Hammer. Warme. Okay, dann ab zurück. Ein Bett ist eingestürzt. Ja. Mal gucken. Gucken, was passiert. Ich schnack mir morgen einfach alle Haare ab. Braucht die nicht mehr. Aber es war ganz geil. Der Twitch-Chat entscheidet über dein Schicksal. Wie ihr über... Was macht ihr jetzt? Hallo? Wie? Was mit meinem Schicksal? Hallo, schreue ich. Danke für die Piesie. So blären hier. Reißig zusammen, Junge, bis der... Links da ist. Was denn für ein Schicksal? Und das Rasuren. Sie haben sofort Kot und Erbrochenes hinterlassen. Danke. Was ist los mit euch? Ihr seid voll eklig. Wobei, danke für den Kot. Keine Ahnung. Oh, direkt auf die Füße, ne? Ach, Spylo, was ist los? Danke. Hups. Das ist voll eklig. So einmaßen Kotze hier. Tja. Halleluja, wie geht's? Wie steht's? Ah, dieses ganze Chaos hat mich krank gemacht. Mich auch. Ich kotz direkt mit hier. Wenn ich mich ausruhen darf, werde ich mit Sicherheit sterben. Ja, dann gute Nacht. Oh, halt, warte. Inspirieren. Spired. Geil. Das ist voll eklig. Ich werde mal erstmal nur alles aufräumen hier. Das reicht nicht. Ich bin vorne und hinten nicht. Ihr seid doch eklig, ey. Was? Nee. Steh auf. Ja. Steh auf. Ja, weil der ist auch fast gesund. Ich wollte eigentlich nur die Kacke aus dem Gesicht da wegmachen. Aber ist okay, ne? Ist okay. Bleib bei liegen. Ich hab's mir jetzt auch geholt. Ah, sehr geil. Es ist traumhaft, oder? Ah, hier einen Bonus abholen. Guck mal, wenigstens Dory arbeitet vernünftig. Wenigstens einer arbeitet für sein Geld. Äh, ich meine, diese Ehre. Diese wundervolle Ehre. Oh ja, ich hab das Ganze heute noch ein Leuchtturm gesteckt. Ich mach das nicht. Und auch 100% durchgespielt wurde. Wann? Nee, die letzten drei Tage, oder was? Meine Güte. Krasse Geschichte. Eeeh. Warte. Ich will doch nur deinen... Ach, egal. Ich lass es einfach. Ich lass es einfach liegen. Hä, die Bäume sehen aus, als wären sie schon fast weg. Brauchst du ein bisschen Hilfe hier? Danke. Du musst doch wenigstens vernünftig schlafen können und so. Ja, einfach in der letzten Woche, ey. Krasse Geschichte. Ich bin jetzt Profi. Äußer super. Also, Mojo, ich kann es halt auch nur empfehlen. Es macht halt leider süchtig, ne? Macht halt einfach leider süchtig. Ganz, ganz böse. Deswegen hab ich mich auch mal ein bisschen zusammengerissen am Anfang bei keinem Streams reinguckt, weil ich mir schon dachte, ja, du willst dann halt auch haben. Aber zum Glück gab's das ja noch geschenkt. Oh, nee, da hinten. Ich mach nur noch sauber hier. Warte auf das Bein, wo sie sich von der Krankheit erholt. Toll. Ich hab jetzt alles aufgeräumt. Guck mal. Nee, ach so. Apfel liegt noch in seiner Kotze, ne? Der ist doch eigentlich schon wieder gesund. Steh auf und geh. Okay. Okay. Und da geht ich mir scheiße. Ich brauche Klauben. Ganz viel davon. Noch 60. Ich befürchte echt, dass der die Leute hier am Ende noch rumkriegt, ne? Mission. Ich will auch eine. Oh ja, stimmt. Ja. Ich weiß halt nicht. Ich würde halt gerne noch irgendwie gucken, dass ich Shadow noch behalte. Oder irgendwie Opfer. Ich kann auch schnell eine Predigt machen. Ich mache sofort. Ja, wir haben halt noch nicht genug Zeug dafür. Inspire. Wie oft kann ich das machen? Mit jedem? Jeden Tag? Einmal? Bin verwirrt. Shit, ey. Shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Ich kacke am Dampfen einfach. Ihr kleinen Abweichler, ey. Ich bin... Ne? Vom Shadow habe ich es irgendwie erwartet, aber trotzdem. Ich bin enttäuscht. Ah. Ah. Was mache ich ihnen? Was hilft denn irgendwie? Also, keine Ahnung. Hm. Der Tod ist nicht das Ende. Ich finde halt alles cool, ne? Ich kann sie auch killen. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich ihn gleich einfach noch schlachte. Ah, hier, guck mal. Hier gibt es Hochzeiten. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, damit du deinen, äh, einen deiner Anhänger heiraten kannst. Reis, ich glaube. Kann ich ja mehrere heiraten, oder wie läuft das? Aber eine Kampfgrube. Ach, Mann. Hm. Hm. Ah. Hm. Ich kann mich nicht entscheiden. Kampfgrube oder heiraten? Hochzeit. Ach, ihr seid so langweilig. Ihr seid so langweilig, ja? Ist okay. Ach, Mann, ey. Die haben vorhin schon alle rumgeschrien. Ja, wir wollen heiraten. So, dann mal gucken. Ich muss den Shadow noch bestrafen. Ich muss ihn so richtig bestrafen, muss ich ihn. Hochzeit, ja. Aber jetzt haben wir gerade den Glauben voll hoch, also... Lohnt sich gerade nicht. Werde ich mir gerade aufheben mal noch. Ist das eine Scheiße. Kriege ich die Kampfgrube trotzdem noch? Oder ist sie jetzt... Gone forever? Die ist weg, ne? Hier hatten sie was tolles... Oh, aber wenn nicht Wahl hätte, Kampfgruppe oder heiraten. Ja, bestimmt die heiraten. Bestimmt. Oh, nice. Nice. Du sagst mir, dass es reicht. Ja. Ja. Gib mir, glauben Anhänger, irgendwas. Deko? Oh mein Gott, ist das niedlich. Ich hab keine Ahnung, was es ist. Was ist denn dort? Fürs Fuchsläppchen. Wow. Ja. Einfach kämpfen. Oh ey. Shadow, reise ich mal zusammen hier. Na guck mal, noch mal ausgenutzt den Jungen. Ach komm. Fuck. Ah. 19. 19. Junkie. Allöchen. Halt, stopp, warte. Beim Leuchtturm vorbeigucken. Kraft meines Amtes. Als nicht autorisierter Pfarrer von Ost-Berlin erkläre ich dich hiermit für heilig gesprochen. Je-je schon. Die mir herzt auf, der stört. Ja. Aus dem Weg. Ich bin auf Mission. Was ist das? Kann ich ein weiteres Mal um Hilfe ersuchen? Der Leuchtturm ist in baufälligem Zustand. Wir müssen die Kristalle ersetzen. Ja, das klärt Kristalle. Die das Licht aufs Meer hinaus reflektieren. Würdest du? Könntest du? Materialien dieser Art für uns finden? Wir wissen nicht, wo wir suchen sollen, aber du solltest Erfolg haben, dann bitte bringen dir einfach alles. Achso, die bringen mir ein Opfer als Gegenleistung. Oh, okay. 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 Aber hallo, Junkie. Hallo. Schande. Schinde. Kacke. Also, soweit sich das mit dem Abweichler erledigt hat, gehe ich auf jeden Fall auf Mission. Quasi rund um die Uhr, nur für euch. Ich kriege gerade echtes Kotzen, ne? Ob ich kein Gefängnis habe hier. Was bin ich mit einer blöden Krabbe? Da stehen immer so viele Fische. War ich der Meinung, man kriegt auch unterwegs noch. Glaub mal, ich will jetzt nicht so lange unterwegs sein. Das kotzt mich auch alles an. Ganz kurz oben gucken. Ich war noch irgendwie am Spielen, meinte er, ne? Ah. Ah, du hast mal eine behalte Hütte, hm? Behalte Schütte? Gib acht, nicht denselben Fehler zu machen, die ich gemacht habe. Oder du wirst genau an solchen Ort leiden. Ich kann nicht mehr reden. Ich gehe gleich. Geh gleich richtig. Oder du wirst genau an solch einem Ort enden. Und jetzt vielleicht an Partie Astra. Galoi, das kennst du nicht. Na los, ist ganz einfach. Komm mal den Tisch, ich zeige es dir. Ich habe es nicht kapiert, ne? Ich habe es bisher einfach nicht kapiert. So gar nicht. Endes Geschenk. Ach, danke Schoki. Hm. Ja komm, eine Runde können wir spielen. Werden wir mit welchen Zahl gespielt, dann multiplizieren sie ihre Werte. Zöre den Gegner, indem du die gleiche Zahl wirst. Ich check's halt immer noch nicht, ne? Bisschen wie Quent einfach. Und ganz anders. Was ist denn das für eine Kacke hier? Na gut, okay. Ah. Ah. Es ist einfach nur hin und her eng im Endeffekt, ne? Ich kaff's halt immer noch. Also ja, ich kann die anderen zerstören, aber... Ist doch easy. Jetzt hat er eine Acht. Achso, weil er die Doppelten bei sich in der Reihe hat. Ah, you see. Was sind schon die Punkte, die er jeweils auf seiner Seite hat? Okay, okay. Erstmal sein doppeltes Ding wegmachen. Ja, okay. Ist ja doch einfach. Ist halt nur beim Zuschauen. Ich kippe halt immer nicht, was da abgeht und... Äh, beim Zuschauen halt. Nein, no! Ja, okay, im Gigi. Jetzt halt einfach in die andere Richtung packen sollen, ne? Wie lange geht das? Ich frage mich für einen Freund? Das ist exhausting. Bis alle voll sind, oder was? Oder einer, der keine mehr Züge mehr hat. Ah, okay. Ja, doch, bis alle voll sind quasi. Ja, nur... Nice, nice, nice. Gleich wieder zurück. Ein Glücksspiel. Bei jedem, der wartet. Du bist ein Naturtalent. Hier. Du hast ja einen Preis verdient. Oh, Karo-Karte. Ein Herz. Oh, nice. Leben. Leben. Jo. Genau. Ob das Alter fertig ist. Gebeim, ich muss los. Danke. Grüße. Grüße. Oh, er hat ja auch noch... Nice, 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 nice. Genau das, was ich wollte. Jetzt schnell zurück. Äh, Gefängnis bauen. Shadow einbuchten. Kriege ich hin, kriege ich hin, kriege ich hin, kriege ich hin. Kriege ich hin? Weh, ihr habt nicht gebetet. Ich warne euch, ne? Ich warne euch. Nice. Es ruckelt hier immer so stark, ne? Gefängnis. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wo bauen wir die denn hin? Direkt vor den... Ah, wir sind direkt vor den Steinmine, ne? Wem fehlt jetzt was dafür? Natürlich Holz. Ach, noch nicht wenig, ne? Shit. Ii, Apfel liegt ja immer noch im Erbrochenen. Das ist voll eklig, ne? Sind irgendwie... Bäume hin. Ach, shit, 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 shit. Wo? Shadow? Linea, level up. Pippenbücher leistert. Pippenbücher leistert. Ach so. Ja genau, nur im Menü halt. Dann ist ja okay. Ich will noch jemanden einbuchten hier. Ach, da ist er doch. Ach, meine Güte. Ruhig dich mal, Junge. Noch hellzeit. Auf Missionen kriegt man schlecht Holz, ne? Geht nur je nachdem. Da muss ich mich aber am Ende zwischen Holz und einem Anhänger entscheiden. Das will ich ja dann auch nicht. Mach! Ich brauche eindeutig mehr Holzminen. 15! Hi, Devil. So wird das aber nichts. Die Nähe hackt fleißig. 16. Oh, shit, ey. Ich komme wieder an alles zum Arsch. Sieh, komm. Fahrtsteine. Kacke. Wie er rumschreit auch einfach, ne? Das ist halt so ein Ding. Oh, nein, danke. Will ich gerade nicht kochen. Nee, nee, einfach, einfach nee. Aber die Chance mit der... Einfach keinen Scheiß kochen hier, ne? Gut, muss reichen. Hm. Essen. Da könnt ihr besser arbeiten. Jetzt zieht mir Holz. Das Totem ist voll. Gib mir Holz. Holz. Hä? Holz. Holz. Ja. Danke. Ja. Ja. Um Himmels Willen. Es funktioniert. Okay. Also. Ach ja, ich bin hier direkt am Platz. Das ist eine gute Stelle. Äh, was ist denn hier los? Äh, was ist denn hier los? Ich habe Zellen unterbrochen? Ja, sorry. Sorry. Keine Ahnung, was da gerade abging. Ich auf Meilenholz. Linnea, was ist los? Oh, ich bin hier los, ja. Oh, ich bin hier los, ja. Chlorreiche Anführer. Das Basislager sieht furchtbar aus. Wir bedürfen der Schönheit, um deine Herrlichkeit zu fahren. Lass uns Dekorationen bauen. Ja, ja. Ist doch auch eine Dekoration, oder nicht? Hier so ein schönes Gefängnis. Ich finde es super, oder? Trink mal Shadow reinstecken. Für Spaß da drinnen. Wie sie alle ringsherum stehen. Hat einem Anhänger geholfen. Was? Ravius und Motto sind jetzt befreundet. Oh, süß. Mal eine Quest. Ploppen raus. Ist das Beino auch fast gesund? Ich dreh durch hier irgendwann noch, ne? Ich geh jetzt. Haben wir schon gepredigt? Ah. Na danke. Gut, dass du nicht gehässig bist, ne? Ja, doch. Ich denke auch. So ist gleich viel besser. Äh, das ist das denn? Necromanten-Waffen? Ja. Ich denke schon. So, gibt es jetzt wieder Zeit für neue Leute? Ich brauche unbedingt mehr Anhänger. Ich brauche mehr Glauben. Wie geht es dann besser mit... Das ist ein Kreis. Oh. Also ja, grundsätzlich können wir jetzt auch eine Hochzeit feiern. Ich weiß noch nicht, wer wen heiraten will hier die ganze Zeit. Aber... Wie schon wieder Schicksal. Ist das neu? Es kommt beständig. Hier, ich, ich. Ja. Wir alle. Kann ich ihn irgendwie noch auslachen oder so? Ach, schade. Ach nee, guck mal. Die Krankheit ist dann da voll hoch. Was passiert jetzt? Alle wurden geheilt. Och, danke Kinder. Danke. Mann, ihr seid ja viel zu nett hier. Das gibt es doch nicht. Was gibt es für eine? Pizza? Ich habe übrigens auch einmal Güros gegessen, aber halt Hühnchen-Güros. Ich muss sagen, war okay, aber es war halt nicht wirklich Griechenland. Es war halt irgendwie einfach nur so... Oh. War gar nicht noch mal hier. Ich habe übrigens nur ein Wort Griechisch gehört oder musste halt nichts sprechen. Es war irgendwie voll traurig, muss ich sagen. Kann ich die nicht fangen? So eine Kacke. Komm her, hier. Das ist schade. Mal gucken, ob ich mich durchprügeln kann hier. Nimm mich. Ich weiß nicht, bei ihm nichts anzufangen. Einfach gehen. Das ist ja gratis glauben. Ach, danke schon, Ki. Stop it. Okay. Oh mein Gott, ist das dreckig. Moment. Ich gebe mal ganz kurz eure Kotzi weg. Ich weiß nicht, dass wieder alle gleich krank sind, wenn ich zurückkomme, weil zwar alle gerade gesund sind. Nur ein bisschen Kotzi. Nein! Diese wunderschöne Biene fangen, ja? A few moments later. Ich gehe wirklich doch rein. Ich verspreche es auch nicht. Hä? Ach, hier hinten in der Ecke ist gerade die Kloecke. Geil. Das Wetter wird eklig. Oh, ich bin gespannt. Wird manchmal halt drinnen, ne? Aber kann man die anderen auch nochmal gehen? So fürs Üben, zum Sammeln und so? Oder will man immer nur das Aktuelle gehen? Was will Nidhi noch? Ach, du bist wirklich göttlich. Ja, danke. Ach, den Verräter in der Mitte. Ah. Lass die auch schon weiter beten. Hä? Sofort? Ah. Also genau. Ah, okay. Ich verstehe. Ja, genau. Das hatte ich halt irgendwie so ein bisschen erwartet, ne? Wir machen erst mal hier eins nach dem anderen. Aber wenn es halt ich würde, dann gehen wir nochmal die anderen ab. Direkt ein Nekromantenschwert. Mal gucken, mal ausprobieren. Weil ich auch mal gerne meine Zweitwaffen benutze. Hm, ja, das tue ich auch mal. Ich habe vergessen, wie man kämpft und alles, ne? Ah, geil. Hihihi. Ich habe ein Steckenhaus. Das ist voll süß. Wie ging denn die andere Attack? Ah, okay. Danke. Danke. Ja, also, das ist halt so. Ich habe jetzt erst mal ein zweites, also, mein, ja doch, zweites Herz quasi bekommen, ne? Vielleicht war ich immer nur durch die Dungeons durchgerannt bisher. Das sieht voll richtig aus. War hier noch irgendwas? Gras brauche ich auf jeden Fall wieder welches. Ach genau, ich glaube, es sind auch irgendwelche Glitzersteine dafür, die anderen sammeln, ne? Nein, äh, bei-ba-da-da-da. Ich will mal ganz kurz die Quests wegpacken. Das ist egal. Da, das sind die Kristalle, die ich noch nicht habe. Und irgendwas anderes, was ich gerade... Oh mein Gott, das ist ja einer auf Zeit gewesen. Ach, shit. Ah. Sechs Herzen oder so. Ich werde sehen. Ich werde sehen und untergehen. Ach, schade. Jetzt hat er das nicht bekommen. Guck mal, halbes Herz wieder. Neues. Könnte in den Dingern noch Gold oder irgendwas drin sein? In den großen? Stein. Na ja, mal hin. Ich muss nochmal zurück, ne? Im dritten? Okay, ja, dann kann ich mir wirklich Zeit lassen damit. Dann ist es egal. Hier, wo man ein Schwert ist okay. Es ist halt schnell, ne? Ich dachte, die wäre irgendwas anderes. Ach, doch perfekt. Hm. Doch bitte Lebensenergie beim Heilen. Ich nehme erstmal zusätzlich. Vielleicht kommen wir da vorbei. Okay. Ja, da ist ja alles gut. Da. Es ist halt nochmal so diese Sache, ne? Du kannst halt irgendwie eine... Ne? Du kannst halt irgendwie einen Auftrag machen. Musst halt auch was sammeln. So, ja okay. Dann gib her. Wo kriege ich das her? So viele Sachen gleichzeitig sind gar nicht gut. Müsste ich mal das auf einmal erledigen. Da ist es weg. Ah. Ah, shit. Der ist ja noch da. Geht er runter, geht er runter. Toll. Nekromantenschwert ist super. Hm. Da man den letzten Gegner erwischt oder so. Ha. Ist das so häufig mit dem Kult-Totem-Dingsen? Oder ist das okay für euch, wenn es halt so semi-gespamped wird? Ich weiß nicht, ob man das irgendwie unterbinden kann, dass es euch nicht im Chat steht. Wahrscheinlich nicht, oder? Hm. Ich hab ja extra so ein bisschen Krüder drauf gemacht, dass man nicht nur so spammt. Hässlicher Holzboden. Danke. Hm, ist hübsch. Hm, ja, ja. Die im Boden. Toll. Mich stört's nicht. Okay, dann ist gut. Aber ich mein, ich kann damit auch entspannt lesen. Nö, hier wäre halt ein Shop. Warte mal, Shop und Anhänger? Beides? Oder nur Anhänger? Ist da ein Anhänger mit dabei? Wisst ihr das gerade? Weil da ist dieses Symbol mit dran mit dem Anhänger. Wie auf jeden Fall, wenn wir ihn mitnehmen hier. Vor allem die erste Dungeon ist ja echt witzig. Dann direkt Miniboss. Ah, das wird weh tun. Das wird richtig second. Second wird das. Gehe ich da jetzt zum Shop oder nicht? Weil links bin ich mir sicher, weil ich jetzt einfach so ein Anhänger geschenkt bekommen, ist auch nicht verkehrt. Ich will es halt nicht ausprobieren und dann versagen. Versagen. Ich will mich jetzt einfach so anhängen. Ach stimmt, der hängt ja wirklich da rum. Ich muss ihn kaufen. Naja. Es gibt Rabatt. Shit. Glaube. Voll niedlich. Voll niedlich da. Tschüss. Also ich bin frei. Ich so, nope. Ja, das gefällt dir. Danke. Ah. Okay. Kauft. Aber es war eigentlich gut. Okay. Weil er hat immer Glauben. Okay, okay. Eigentlich müsste ich ja, wenn ich den Kampf nicht verkacke, noch jemanden kriegen, ne? Wenn. Wenn. Kett. Erbärmliche, unterwürfige und abschreunliche Marionette der Roten Krone. Du hast den Jüngsten von uns niedergestreckt. Wir sind die Bischöfe des alten Glaubens. Wir beschützen Verkätzereien wie den Deinen. Wir sind die Hüter des wahren Wortes und wir werden eine solch Blasphemie nicht dulden. Deine Sünden sind mannigfaltig und dafür müssen deine loyalen Anhänger leiden. Apfel! Nein! Nicht Apfel! Oh Gott! Ja, ich fach auch mal alles kaputt. Aber du kannst alle zwei Tage für 50 ein... Oh, um Gottes Willen. Okay, mal gucken. Wo bin ich? Anführer? Oh, Apfel, du warst doch erst krank. Er hungert. Shit. Ich komm wieder! Ich komm wieder! H1 Gras. H1 Gras. H1 Gras. H1 Gras. H1 Gras. Er hat zwar abbekommen. Ah! So ein bisschen durchkämpfen hier rechts links. Hier kommt es mit und das kommt mit. die nase sagt mich einfach ins mikro haus so weit ist er da oben wieder oder ist das weiß perfekt gelegte muster schönes mosaik geil ich habe gar keinen grund besetzen müssen auch so für dekorieren so viel hübsch machen so viel bauen und ich habe gar kein zeug dafür vielleicht noch mehr minen bauen einfach was macht apfel da er hungert halt jetzt einfach nur es ist eventuell für mich leiden gegangen ich kann ich hätte von dann schon wieder speichern sondern ich habe es wieder nicht gemacht voll dumm er ist gar nicht da ich habe mir selbst genommen ich sag ja erst das eine dann das andere schön kommt mit dazu müsse man sich auch erst mal wieder heilen ich verwende auch schon wieder meine zweite attacke nicht ne ist so clever upgrade vielleicht mal gucken gehen vergiften oder schneller wenn ich schon dann mit vergiften bitte da habe ich jetzt zwar nicht mit meinem nekromantenschwert aber ist okay ist okay geschenk aus der tiefe oder göttliche stärke das heißt tempo oder vielleicht kriegen wir noch ein blaues herz dazu ich finde das mal schwierig es ist halt schon ein schnelle schwert ne ne also ist ja für mich eventuell noch ein bisschen eben eklig 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 ich bin zu abgelenkt noch von all dem was hier abgeht steht kann ich mich eigentlich random heilen wenn sie sterben das ist meine anzeige dafür ok 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 ich war völlig verwirrt was diese anzeige in meinem kopf bedeutet ne wundert mich jetzt gerade nicht fortsetzen hab ich meinen anhänger behalten die hab ich extra gekauft ne ja plus eins naja passiert hallo ich find's wieder ja tu da keine konsequenz erhebe dich ein weiteres mal es zählt nicht wie oft du mit dir gestritten wirst der kult wird weiter wachsen ach na dann aha oh shit alles klar guten appetit also der böder pizza auch und die dürfte mal entscheiden für mein schicksal mein schicksal euer aller schicksal bitte kochen ach kann ich nicht mehr jemanden dafür abstellen oder so bestimmt ne Schon wieder dunkel. Ich muss gleich manchmal die Predigt halten. Ah, er ist wieder. Guck mal hier. War ja vorhin schon. Oh, ich habe eine Belohnung gleich eingeholt. Ups. Noch mehr Holz. Okay, ich beschäm mich nicht. Brauche ich schon noch alles irgendwann. Oh, nice, eine Verbesserung. Vielleicht spare ich das tatsächlich erst mal alles. Ich stelle Predigen. Alle wurden wieder gehalten. Okay, jetzt sei ja geil. Es war aber, glaube ich, eigentlich nur Apfel, der jetzt ruhig gemacht wurde. Ah. Was kribbelt denn alles hier? Krone? Ein Ritual im Tempel, das alle im Bau befindlichen Gebäude... Ach, das ist doch Schwachsinn. Ein Ritual, das alle drei... Das drei Tage lang temporär das Erzeugungstempo für Hingabe erhöht. Ja, sehr eindeutig. Nee, Apfel lebt, nach dem geht's gut. Der wurde nur hungrig gemacht. Ich hoffe, dass er was gegessen hat eben. Ich hoffe doch. Das ist geil. Machen wir das gleich? Jetzt fällst du uns so... Ach, shit, ich hätte ja noch jemanden... Ich hätte die auch erst rausholen können, ja. Aber wir machen ja eh gleich sowieso noch mal eine Predigt. Das passt schon. Das passt schon. Shadow, hallöchi. Du warst der Erste, der sich ja abwenden wollte von mir, ne? Nieder mit dem Anikult. Ja, du warst der Erste. Aber ich habe dich wieder bekehrt. Ich lass dich nicht gehen. Nee, einfach nee. Feuergruben. Kommt noch. Was ist das jetzt? Was ist das für ein Symbol? Kaka-Pupu-Pupen? Ist einer fertig hier? Verwirrt. So, wir können auf jeden Fall... ...habt ihr jetzt die Chance, vielleicht wieder... ...einer meiner Anhänger zu werden. Ich will nicht den Baum kicken. Oder nicht. Ist kaputt gemacht. Da war ich die Bäume. Bitte verschone mich. Ah, ihr dürft einmal ziehen. Und ich werde ganz kurz verschwinden. Und bin dann gleich wieder da. Ich habe annehmen gedrückt. Jetzt. Muss ich nochmal starten? Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Jetzt dürft ihr. Jetzt ist die Züge im Gange. Ich verschwinde eben kurz. Denk dran, alle teilzunehmen, die Bock haben, mitzumachen oder halt noch nicht dranwandern. Geht jetzt auf jeden Fall. Und bin sofort wieder da. Und da sind so genau so. Und da bin dann noch nicht Private. Weil ich das wieder da Wuhan numbers shift should. Suppose ich lawsieren. Okay, bitte sigh! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sehr gut. Drei neue Flüche? Oh ja, nice. Gesamtmenge. Habe ich denn einfach einen vierten, oder wie läuft das? Hört stärker, hört sich mal zu vor. Hm, danke. Hm. Kurz gucken, ich glaube, Nighty war das. Ach, jetzt rennen sie alle weg. Alle rennen sie immer weg. Ich verstehe halt dieses eine Symbol einfach nicht, ne? Ah, doch, Luluk abholen. Nee, das war's nicht. Mojo mal sprechen. Was ist denn aus Inspiron geworden? Ah, guck mal, ich kann dir ein Geschenk geben. Bitte. Ah, bin ja auch schon bei einem anderen Kult. Aber kann man nicht trotzdem nochmal joinen? Das geht doch, du kannst ja bei jedem Kult einmal joinen, ne? Hm. Bravius, das wird aber halt, stopp. Was ist denn hier los? Gib her. Ne, Geschenk für mich. Wunderschöne Heizkette. Wunderschön. Aber, was ist denn? Jetzt singt das... Achso, nein, das ist... Ah, das ist... Oh, das ist der Bonus. Das ist der Bonus. Okay, das wusste ich natürlich. Was hältst du denn davon, wenn ich dich jetzt mal arbeiten schicke? Ich hab dich unterbrochen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. So ein bisschen... Ach, doch, guck mal hier. Inspire. Das Tanzen. Das war eine gute Entscheidung. Ja. Und du darfst, ähm, Feldarbeit. Achso, nein, die war gerade... Ist mir egal. Ist mir eigentlich egal. Aber nee, genau, es hat die eine Predigt. Und... Anhänger? Neko. Hm. Wow. Ich muss echt sagen, diese Säulen sind echt nicht hübsch. Das ist überhaupt nicht. Das ist schon wieder dreckig. Das ist doch zum Heulen. Was können wir denn noch schönes bauen hier? Einen, den man von einem Anhänger Besitzer greifen lässt und mich begleitet. Ist halt auch nicht verkehrt, aber brauche ich gerade nicht. Ich hab kein Geld. Geld. Ist wieder das Ding, ne? Aber Ressourcen umwandeln muss ich ja gerade auch nicht. Hat ja keinen Zweck. Das ist ja vielleicht ganz cool. Anhänger wegschicken. Auf eine heilige Mission, um neue zu rekrutieren. Geld. Braucht Geld schon wieder. Habe ich noch die eine Mission? Oder ist sie auch schon wieder lost? Ah, da. Ich räume eben auf, oh die Dekos und dann renne ich wieder los. Macht man das nicht so? Keine Zeit für irgendwas anderes? Brauche ich Geld, Geld, Geld. Ich weiß gar nicht, wie ich Geld kriege. Vielleicht indem ich es nicht ausgebe. Ja, total clever. Reicht. Aber es ist sogar alles sauber. Okay, sehr gut. Oh, ihr glaubt aber ordentlich ja auch nicht mehr. Das ist so. Okay. Ein bisschen Billigdeko hinstellen oder was hübsches? Blätterige Plumskulptur. Ein bisschen Beet. Ach so ein Beet ist ganz nett, glaube ich. Kann man hier irgendwo dazwischen stellen, oder? Glaub ich ganz hübsch. Passt schon. Guck mal, Mojo ist direkt am Bauen hier. Super. Oh, die anderen kommen jetzt auch langsam. Naja. Man merkt, wer hier Bock hat zu arbeiten und wer nicht. So. Ich helfe mal mit hier. Wie er einfach abgehauen ist. Wer war denn das? Was muss er jetzt für unser Arbeiten hier? Ich glaube, 10 war das. Und das Ding fertig. Wer war das denn? Wie näher? Fertig. Oh, du erst mich, große Anführer. Ich bin ewig dankbar. Nice, 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 nice. Naja. Aber wartet mal, wir haben noch diese eine Tafel voll. Was war das nochmal? Das war auch schon wieder Doktrinen. Echt mal. Ohne Krone. Es hat eine Abklingzeit. Oh. Okay. Okay. Abklingzeit noch da. Ich komme wieder. Ich will nochmal eine Runde spielen. Es hat eigentlich doch ganz viel Spaß gemacht. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen gucken. Da kann ich doch was mitnehmen hier. Das ist fast voll. Oh Mann. Ich begebe mich mal in den Lurk. Bis später. Alles klar. Ansonsten einen schönen Abend und so. Ah, kann ich mir auch Geld ersp... Ich mache ihn platt. Ich mache ihn so was von platt. Wie, wenn nicht? Wie, wenn nicht? Es ist die Musik von Hearthstone, oder nicht? Es ist Save-T-Musik von Hearthstone. 1, 2, 1, 2, selbe. Nein. Okay, doch. Was auch immer. Hm. Ich brauche das unbedingt nur 4 hier in der Ecke. Er wagt es nicht. Er wagt es nicht. Jetzt, wo ich um Geld spiele, ne? Jetzt, wo ich um Geld spiele. Ha. Moment, 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 Moment. Immer einmal mehr wie du. Süß. Schön verdoppeln hier an der Stelle. Ich kriege mir jetzt auch nicht viel. Ach, ja. Das hätte ich ja jetzt schon an die andere Stelle setzen sollen. Ja, das ist nämlich... Ist okay, ne? Ist okay. Bloß 10. Ah, schön. Hm. Wie toll war das? 40, ne? Einmal noch. Komm, ich kriege das Geld zusammen. Also eben lief's ganz gut, ne? Ich bin jetzt hier im Glückshochgefühl und werde mich richtig verkacken. Aber für einen Anhänger tue ich alles. Hm, hm, hm. Love. Mal gucken. Aber der muss halt nur ne... Fünffürfeln? Fünffürfeln? Ich glaube, er ist halt wirklich... ein Puma-Computer, oder? Ist es das einfach, dass der Computer auch vielleicht wirklich sehr, sehr schlecht ist? Ich muss halt nur noch vollpacken, dann ist es halt erledigt. Ja, das war's. Also so kriegt man schnell mal ein Zehner zusammen. Das ist okay, dann... Das ist ja eigentlich auch Geldfarm, sozusagen. Hihihihi. Hihihihi. Dann bauen wir uns eben nämlich noch das andere Teil. Da müsste ich ja jetzt alles für haben. Und schick dann einen auf Anhänger-Suche. Gucken, wie lange das dauert, aber... Oh mein Gott. Seid ihr fix. Geht gut, geht gut. Dann packe ich das direkt davor. Haaah. Hier sind die Häuser gleich ran. Aber was bauen wir? Was bauen wir? Vor allem die Unterkünfte. Ich würde die halt auch mal hübsch machen, ne? Aber ich bin immer so blöd dafür. Nein. Ein Reinigungsposten. Ja, ich brauche. Brauche wirklich. Okay, gut, gut, gut. Es ist gar nicht kein Geld mehr dafür übrig, aber... Ah, jetzt brauche ich die ganzen Sachen. Okay, blöd. Ich brauche jetzt die Raffinerie quasi, um dann danach die anderen Sachen zu bauen. Aber ist nur Geld, was mich das kostet. Ist nur Geld. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich würde gerne mitbauen, aber... Oh, ihr seid schon fertig. Okay. Den schicke ich denn aus? Die hat Shadow? Bei der mittleren Stufe. Na, die scheint mir doch mal ein bisschen vertrauenswürdiger zu sein. Ach so. Einen Tag. Drei Tage Fleisch. Ich schicke nicht, was hier los ist. Die MF-Hallöchen. Wunderschönen guten Abend. Na ihr, was habt ihr Schönes gespielt? Wir sind gerade am Kulten, eventuell. Ah, das sind so eine Mission, aber... Verdammt. Ich dachte, er könnte halt auch ein bisschen Leute ranholen. Ich schicke ihm mal Geld holen. Der geht dann mir nicht mehr auf den Sack. Oh, verdammt. Ritual noch. Muss ich nicht mehr machen sollen. Ich bin so ein bisschen dämlich manchmal, ne? Oh, Judgment. War gut. Hat Spaß gemacht. Habt ihr Unsinn angestellt? Ach so, wir haben... Alles okay. Alles okay. Ja, das wusste ich natürlich. Oh Gott. Okay, ich fahr mal das Schicksal ab. Ihr dürft gerade über mein Schicksal herrschen. Viel Spaß. Montag kalt. Ach so, dann... Aber ansonsten ist bei mir auf jeden Fall alles gut. Ich hoffe, bei euch auch. Ich bin quasi gestern Nacht frisch aus dem Urlaub raus. Das heißt, sehr entspannt. Kann mich nicht beschweren. Ach so, der muss hier noch hängen. Ja, das... Tut mir leid. Ah. Ach, Mensch. Danke. Danke. Das wäre doch nicht nötig. So kann ich euch hier nicht zurücklassen. Das geht nicht. Eklig. Eklig. Ich meine, ich habe jetzt zwar das Haus theoretisch, aber ich muss es euch noch erst mal bauen. Ach, Mann, ey. Mit der Fehl-Action. Spaß ins Karier. Ja gut, darauf wartet man ja, ne? Urlaub. Ach, schön. War selber das Wochenende. Oder war sehr gut. Wo ging es bei dir hin? Naja, kann ich vergessen. Äh, die Kotze kriege ich nicht weg. Ich versuche einfach zu beeilen und dann da mal... Ne, ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Aber er steht halt dann alle paar Tage da unten, da kann ich doch mal neue Anhänger kaufen. Hihihi. Ich komme einfach mit hier. Lesen. Hm, okay. Ich denke, er könnte mich vernichten. Aber das ist nur naiv. Nix rausbekommen hier. Ein Krümnitz. Ha! Superschön. Ich war mit ein paar Freundinnen auf Rodas. So ein bisschen Griechenlandurlaub, aber... War okay. Jetzt am Ende hat es einfach gereicht, so ein bisschen. Und wir haben einfach alle deutsch gesprochen. Ich dachte, man hätte so ein bisschen mehr Urlaubsgefühl. Aber es war halt einfach nur eine Touristadt, ne? Eine Stadt. Wir waren halt auch direkt in Roda City unterwegs. Und... Wenn man von allen Seiten angesprochen wird, hat man auch mal keinen Bock mehr drauf. Ich werde einfach nur meine Ruhe haben. Oh nein! Wo kämpfst denn du hin? Sag mal. Ach, Mensch. Gerade dieses Hello Ladies, ne? Es ging mir so auf den Sack am Ende. Oh, das geht voll. Ja, es war auch voll toll. Und... Ach, jetzt bin ich in Rod. Definitiv. Wird allem auf den Bildschirmschaden zugefügt? Ja, sehr schön. Ach, das ist sogar neu. Ach, Mist. Das ist nur ein Halbkreis nach vorne, die andere Attacke. Das wusste ich natürlich nicht. Drei Münzen nochmal bekommen. Ich habe das Symbol vorhin bei ihm gesehen, habe mir überlegt, es könnte eine Bombe sein und in dem Moment trotzdem schon so, ich töte dich jetzt einfach hier, weil... Keine Ahnung, was dann abgeht. Au! Shit. Ja, und der Letzte erwischt mich wieder. Hat sich nicht gelohnt. Bonus-Ressourcen? Nice. Gute Kettchen. Alles gute Kettchen. Ich muss nochmal zurückgehen, ne? Ah, okay. Ausreichend ist für Anfänger. Einfach reingerannt. Sag mal! Ich habe übrigens wieder vergessen, zu speichern, ne? Ach, die werden danach alle automatisch geschrottet. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ach, Mensch. Es ist möglich, das geht mir... Grundsätzlich, ich brauche einen Fisch. Ja, aber... Auch nicht irgendeinen. Danke. Ja, wir waren jetzt eine Woche weg und ich muss sagen, jetzt am Ende, ich wollte zurück, ich habe irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Die Leute, die dich ständig anquatschen, willst du nicht hier essen? Guck mal hier, was wir tolles haben. So, ja, danke. Es ist woanders besser und... Ich wollte einfach nur noch weg dann. Aber das Badengehen war einfach das Geilste. Ich habe mal richtig so schön 30 Grad gehabt, einfach mal genossen. Ah, diese Frosche gehen mir echt auf den Sack. Na, die habe ich nicht bekommen. Komm mit. Träumen mal mehr Eifer. Ich sollte es vielleicht einfach mal benutzen. Ich bin echt schlecht darin, ne? Ah, bessere Truden. Eine Hasenfurte, aber die bleibt nicht, oder? Ich gebe auf Nummer sicher. Werbung halt. Ja, das ist halt nicht nervig. Na, komm mal mit. Oh, das ist ja süß, so ein richtiger Wüstenfuchs. Knuffig. 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 Plumm. Fragezeichen wäre auch gut. Wahrscheinlich wäre es irgendwas gewesen, ne? Dass es dann random wird. Ob, 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 ob. Ach, mein kaputtes Herz ist ja schon weg. Das war ja nur zweimal dann. Sag mal. Geht doch. War hier nicht eben noch einer? Ach, der haut ab. So ist das hier. Ego. Yay. Go, go, Adi. Go, go. Ah. Lass mich gehen. Bisschen Gras. Gehirnwäsche-Pilzspore? Eben. Ja. Nimm ich mit. Klar. Ach, guck mal. Ein halbes Blausherz im Stein gefunden. Vielleicht ist die Hasenfutter auch bei anderen Dingen ein bisschen besser. Nicht nur bei Drohnen. Das ist quasi noch drei Herzen. Ach, Mann, ey. Nice. Nee, ich hab den anderen gar nicht mit erwischt. Hier schreckt mich schon ein bisschen jedes Mal. So ein bisschen. Vampir durch. Heilen wäre halt nicht verkehrt, ne? Ja. Ja. Ich zerstöre einen Gegner, mein Geist. Ach, das ist das die Kommanden-Ding, ne? Aber mal gucken. Vielleicht haben wir ja die Chance, uns zu heilen. Wäre halt schon toll. Und wenn zwei Herzen, die fehlen. Guten Tag. Ich glaube, ich nehme mal das mit. Muss ich mich nicht zielen oder so. Kampftroll wird geschlagen. Ja, ganz entspannt hier. Haben wir ja noch Zeit. Bye. Ja, sehr viel geiler. Das gefällt mir schon eher hier. Ich glaube, ich bin mir nicht unbedingt selbst, aber ich muss hier mit meinem Durchhauen. Hm, blöd. Blöd, blöd, blöd. Ha, runter? Ach, ja. Dann halt so. Dieser Pilzwert ist so geil, ne? Vor allem diese ekligen... Ah, sie bewegen sich und schreien. Das ist so gut gemacht. Die Erde ist bereit für eine weitere Predigt und ein Bett zusammengestürzt. Sehr gut passiert. Na gut. Gossillon, sie sind dran. Und wer rennt sofort rein? Ja. Ich glaube, ich habe mich geheilt sogar gerade. Ja, also die Fernkampf-Attacke hätte ich vorher machen sollen. Es war einfach. Es war sehr einfach. Na, komm mal mit. Ich töd dich ein. Du bist jetzt mein. Ein Knochen von dem Großen? Maximal verarscht. Maximal verarscht. Nehmen wir gleich Gold mit. Oder Kürbisse. Und dann nimmst du schon Geld. Geld und Gold hier. Ja, easy. Ich muss dran denken, die neue Doktrine zu verkünden, ne? Na dann. Ich komme wieder. Ich mochte die Attacke voll. Die war super. Ich will sie wieder haben. Acht Minuten. Mensch, 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 Mensch. Was will der denn schon wieder? Du siehst mich hier in Ketten, zu einem Nichts verkümmert. Aber so ist es nicht immer gewesen. Ich wurde von den Bischöfen des alten Glaubens an diesen verfluchten Ort gebunden. Sie haben mich betrogen und mich hier verrotten lassen. Jede der vier Ketten, die mich festhält, wird von einem der Bischöfe bewacht. Vernichte den Bischof und du sprengst die Ketten. Zerstöre alle vier und ich werde frei sein. Ich gab dir neues Leben, Gefäß, und jetzt musst du deine Schuld begleichen. Wer am Ende in meinen Körper will, voll eklig. Um die Bischöfe zu besiegen, musst du stärker werden. Opfere einen Anhänger, um mehr Kraft zu absorbieren. Das wird dir auf deiner Mission, mich zu befreien, helfen. Okay, danke. Ne, höhere Stufe wertvoller und so. Hm, danke. Die armen Leute. Ich muss mich einfach umbringen. Wir sind zurück und ihr dürft schon wieder über mein Schicksal entscheiden. Was geht denn hier los? Ihr seid doch gerade erst mal am Verhungern hier. Na guck mal, Shadow ist auch zurück. Der Heifer ist so zurückgekehrt, ich habe ein Opfer mitgebracht. Geil. Okay, müde. Ja, passiert halt, aber. Die Petten sind ja komplett zerstört. Ach, du Schande. Ich muss sie unbedingt verbessern, ne? Oh. Ich habe gerade Tim umgebracht. Tim ist tot. Gut. Okay. Wir brauchen nur noch zwei Betten. Tja. Was soll ich sagen? Über Zeit für eine Leichengrube, ne? Linnea, was ist los? Glorreiche Anführer, wir haben Dori beim Bestehlen eines anderen Kultmitglieds erwischt. Wir verlangen Gerechtigkeit. Steck ihn bitte ins Gefängnis. Oh, das ist doch besetzt. Ja, kriegen wir schon hin. Na, fast fertig hier. Ach, Mensch. In Skinners. Was macht ihr denn auch? Aber die bösen Sachen machen halt auch Spaß, ne? Ich wäre da auch nicht anders. Ich kenne mich doch. Ich muss erst mal ein bisschen was essen, glaube ich. Kacken ist okay. Kacken ist okay. Okay, macht das eigentlich ganz toll, finde ich. Ihr macht das super. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Pranger, einen Friedhof. Wir müssen gleich mal gucken, wo wir anfangen. Neues Bett auf jeden Fall. Betten aufwerten ist auch wichtig. Oder was? Verwirrter Platz ist weg. Das tut mir jetzt aber leid. Ja, ich sag ja, ist eigentlich scheißegal hier, ne? Wollen wir doch mal eine neue Beziehung erstmal machen, bevor wir dann die Predigt machen? Gott, Dori ist schlecht. Stimmt, ich kann eigentlich auch essen. Ich könnte ja eigentlich auch mal essen gehen. Ich muss Lexi nochmal dann Feedback geben, ob das funktioniert. Anananana. Vielleicht klappt es ja diesmal, wenn jetzt alles sauber ist und, keine Ahnung, aber mich sterben lassen. Tja, wir kriegen dich schon wieder auf die Beine. Bestimmt. Chibi ist ja bisher die Einzige, die wirklich gegangen werden musste. Ich glaube, die kommt nicht wieder zurück. Die ist weg, weg. Hat es diesmal geklappt oder sind es schon wieder andere Leute, die hier drin sind? Also, bei mir hat es auch nur über dieses roten, das strichende, irgendwas mit Beitreten funktioniert gehabt. Was halt unten drunter war. Das Ding an der Seite war bei mir immer kaputt. Also wirklich jedes Mal bin ich umgefallen. Irgendwann hat es dann halt mal Klick gemacht und dann hat es immer funktioniert. Immer. Danach ging es dann halt. Ho, ho. Wieso sind es jetzt schon wieder um neun fast? Was ist denn da los? Ich hoffe ja nur, dass morgen alles gut geht, dass wir ein PC schnell fertig kriegen und dann... Vielleicht machen wir dann einfach am Mittwoch schon wieder ein bisschen Kult-Action. Sind alle drin und wir haben fünf Teilnehmer jetzt. Ich kann leider nicht sehen, wer mal da ist. Mir führt echt so eine kleine Liste an der Seite. Sechs? Es werden immer mehr. Also Fufu ist glaube ich auch immer noch Afgane. Ich meine, die Mods sind so drin. Eigentlich müssten ja auch Leute, die eine spezielle Rolle haben. Sowas wie, keine Ahnung, alleine Lexi mit ihrer... Dass sie ja jetzt Künstlerin ist oder halt VIPs. Sie wüssten ja eigentlich eine höhere Chance. Dann bin ich der Meinung, gezogen zu werden. Weil, wozu hast du sonst die ganzen Boni? Aber ich schätze, das konnte dann nicht berücksichtigt werden. Wir haben jetzt sechs Teilnehmer. Wir haben sowieso zwei Leute. Was erzähle ich dir so lange? Man, die erste Ziehung, dann kommt gleich die nächste. Da muss ich Betten bauen. Mal gucken, was da gerade viel am Platz war. Weil irgendwie konnte ich da kein Bett wieder hinstellen. Das war irgendwie auch ein Problem. Ich hatte gerade so Angst. Ente ist dabei. Yeah, Glückwunsch. Oh, ich habe gedacht, das ist vorbei, ne? Es lebt ewig. Gibt es gut Fleisch? Nee, Tim, du bist noch nicht tot. Ich buddel dich ein und später wieder aus. Und dann mal gucken, was passiert. Wuhu. Ich bin ja kein Bot. Ah, liegt vielleicht daran. Keine Ahnung. Ja, das ist halt super gruselig, dass es halt so ewig lang geladen hat, ne? Irgendwie habe ich auch das Gefühl, es ist momentan super Delay und keine Ahnung, was da abgeht. Aber ich warte auf jeden Fall, bis ihr fertig seid. Ich glaube, ich renne sogar mal ganz kurz weg. Es kann auch sein, dass einfach die App heute ein bisschen kacki ist. Das hat bei mir ja auch ewig schon lange geladen. Ich vertraue darauf, dass es irgendwann lädt. Ja. Ich starte das danach doch nochmal neu. Trust the process. Ich bin erst auf jeden Fall ganz kurz weg, dann schöne Pause. Bis gleich. Bis gleich. Bis bald. 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 intimidewood. Bis bald. Bis bald. Einmal Official-Ente und einmal Official-Ente. Ich werde bescheuert. Ich werde sowas von bescheuert. Aber ich höre gerade nichts mehr. Was ist hier los? Nee, nicht Snoo-Snoo. Der rennt durch die Gegend. Der rennt durch die Gegend im Kreis und stolpert mal irgendwo hier und darüber. Hä? Bin ich blöd? Ich höre nichts mehr? Ich will was hören. Voll die Verarsche hier. Also so richtig. Das ist doch wieder zum Heulen. Äh, was war denn das? Okay, gut, das ist sowieso aus. Dreh ruhig hier. Es gab woanders auch schon mal zweimal? Nee, das war tatsächlich der erste Doppelgänger in dem Sinne. Ja, genau. Eins habe ich halt manuell erstellt und das war jetzt halt der zweite, der noch da war. Mhm. Brot. Wir haben kein Brot. Und ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Ah, Moment, wartet. Ich habe eine Vermutung, woran es gerade liegen könnte. Warum auch immer, dass jetzt mitten einfach so passiert. Nur ich höre gerade nichts und das würde ich gerne ändern. Hä? Mein Headset ist komplett rausgeflogen. Wieso sollte er das machen? Wieso? Also wirklich, Bluetooth hat einfach die Verbindung gekappt. Tagestand? Irgendwie. Nee. Nee. Ich wollte auch noch ein bisschen suchten. Ah. Als Doppelgänger. Da hing noch das Spiel. Hast du mich zweimal gemacht? Komisch. Einmal Flick und einmal Flack. Oh, das ist gut. Es hat nicht geklappt. Hä? Ich habe schon dreimal gedrückt. Schon mindestens dreimal habe ich gedrückt. Ich dreh durch hier. So, jetzt habe ich auch wieder Ton. Ja. Ja, ja. Aber ich müsste ja organisieren hier. Jetzt kann ich wieder was hören. Wächst das Ei eigentlich? Wird das größer? Oder bilde ich mir das ein bei Trabi? Auf der Stirn. Ecklich. Disgusting. Puh. Re. Und Ski. Oder also Yashi. Oh Gott. Wollen wir mal ein bisschen Besitztümer hier? Schaltet den Zehnten frei. Einmal täglich cashen. Oder ich besteche sie. Ich mache kein Geld. Ich mache so ein Scheiß. Euer Geld. Was ist denn hier los? Braucht euer Geld hier? Ich mache so ein Ritual für zwischendurch. Oder wie sieht es aus? So eine richtig schöne Feuerkrube? Oh ja. Tut ein bisschen gut. Haben alle einen Platz? Toll. Überhaupt nicht bedenklich oder so. Eine Ente fragt nach Brot. Und die anderen nach Nägeln. Nicht schlecht. Gut. Ihr seid entlassen hier. Ach die Betten sind wieder. Oh die Betten sind wieder da. Das war ja auch der andere Bug den wir hatten. Dass die Betten verschwunden waren. Ich glaube auch. Naidi was machst du denn hier? Ab ins Bett mit dir. Lass wir auch noch spenden. Jetzt hast du schlafen gehen. Jetzt hast du genug ausgenommen. Nubi ist auch krank. Das Bäckchen hier. Was ist denn hier noch los? Ach so da muss noch... Ja. Einiges passieren hier heute. Wo waren wir denn? Missionar hatten wir gebaut. Betten wollte ich verbessern. Ach ja und dafür wollten wir die Raffinerie bauen. Das geht jetzt auch. Schmeißen das Zeug rein und kriegen anderes raus. Ja ihr baut das schon. Ihr macht das toll. So. Kennt ihm das überhaupt? Hm. Mit so vielen Fragen wird der Schnabel an die Bar genagelt. Okay. Okay. Äh Leichen. Ach so. Oh shit. Nicht. Ach eklig. Hä? Ich soll vielleicht mal die Leiche wegräumen. Ja. Ja das könnte ich tun. Gesagt unten in die Ecke oder so. Was ist hier? Ich mach die mal unten rechts in den Friedhof. Hey mir liegt hier alles rum. Für schlechte Zeiten ne? Für richtig schlechte Zeiten. Eieiei. Aber gut die kotzen halt auch ohne Ende weil es hier einfach so schön aussieht ne? So richtig toll. Ich glaub so ne Leiche da rumliegend zu haben macht's halt auch nicht besser. Könnt ihm auch von dir raufzukratzen? Ich starb aufgrund des Twitch-Chats. Mhm. Leichen sind nicht gut für die Hygiene. Du musst sie in eine Leichengrube oder im Grabbein setzen. Natürlich ist das eine Menge Fleisch, das einfach verschwendet wird. Ja das äh ja. Na dann komm mal mit. Ja gut dass ich hier nicht ganz hinten in die Ecke gepfuckt hab. Das ist okay. Guck. Hier ruht Tim. Ha. Ripp. Ja. Schon so. Schon so ein bisschen eklig. Oh. Ent hat noch kein Bettchen. Also ich weiß grad nicht. Können wir nicht einfach nochmal umbinden? Gibt das? Mojo ist grad krank. Ha. Den können wir dann schicken? Shadow hungrig? Bleiben die krank, hab ich ja gesagt, ne? Ach ja. Ist es kaputt? Wieso ist es kaputt? Gehen die Holzfarmen kaputt? Äh. Ähm. Ich bin grad bis überfragt hier. Ah shit. Okay. Können wir theoretisch neu bauen. Ich glaub Bäume haben wir auch keine übrig groß. Die wachsen halt sehr langsam. So ein bisschen Holz. Nicht verkehrt. Wie geht's uns denn hier heute? Okay. Irgendwie allen ganz schön beschissen. Hm? Na gut, da oben der eine Baum, ne? Ich will ja weiterhin Holz haben. Vor allem, wenn ich das ja auch noch ins Toilettenhäuschen schmeißen will. Na, nicht die Steingrube, danke. Aber danke. Dann weiß ich Bescheid. Ich mach das mal neu ein. Da kommt der Travirus. Aber sein Ei ist weg. Sein Ei ist weg. Liegt der das irgendwo anders hin? Was macht der damit? Ja, dann, äh, für Spaß hier. Und der Grube, den können wir nochmal bekehren. Ach, endlich. Dann darf er auch raus. Raus von den anderen Spielen. Ich glaub, Dori, ne? Ah, da hinten. Nochmal nötigen hier? Ins Gefängnis? Das ist richtig fies. Es ist halt richtig dreckig. Dass ein loyaler Anhänger eingesperrt, der sich nicht abgekehrt hatte. Ja, passiert. Sorry. Hauptsache Linea freut sich. Die musste Kot essen, ja? Ich muss ja mal ein bisschen... Tanzen ein bisschen. War nicht so schlimm. Guck mal, du kannst, ähm... Da ist auch noch eine schöne Halskette. Das ist eine gute. Ach so, ich hab bereits eine... Oh, sorry, das wusste ich natürlich. Ich hab ins Bettchen. Du musst nicht wieder reingehen. Wo ist Linea da hinten? Oh, confusing hier. Diese Verwirrung und die Angst. Ach, es hat so Spaß gemacht. Ich muss mir überlegen, wie wir diesen Streich beim nächsten Mal noch überbieten können. Ja. Das wird's gewesen sein. Dori, misshandeln, läuft. Naja, Linea musste bisher Kacke essen schon zweimal. Ich finde, sie hat's verdient, auch mal so ein bisschen zurückzutreten, möchte ich meinen. Ich wollte die Betten verbessern, ne? Ich wollte einiges machen. Hm? Wow. Doch so viel geholfen. Ach, Mensch, das ist kaputt. Ich sag ja, ich brauch Holz. Geht nicht ohne. Geht nicht ohne. Der Beleben geht bestimmt später noch, ne? Okay, die Leute sind hauptsächlich krank. Die Sachen für Toilette, etc. sind am Laufen. Boah, dann geht's doch eigentlich voll klar. Ah ja, ich muss noch ein Bett bauen. Hups. Hups, hups, hups. Ich muss ein normales Bett noch bauen. Sorry, das wusste ich natürlich. Äh, Nighty? Äh, nee, alles gut. Dann... Hä, er ist angeblich am Schlafen, ne? Aber er... Irgendwie... Schlaf anhält er jetzt? Oder ist grad sein Bett am Bauen? Sein Bett wird grad gebaut. Süß. Oh, es ist jetzt mein Bett hier. Ja, gute Nacht. Okay, genau, sein Bett wurde grad gebaut. Aber da passt es doch, dass das dann auch, dass es jetzt hübscher ist, ein bisschen. Eine Belohnung fehlt noch. Da kann ich wieder was abholen. Och, Chaos pur hier. Haben wir schon? Nee. Natürlich nicht. Mal ran, meine Jünger. Oh, ja. Yes. Wieder voll. Sehr gut. Ähm. Okay. Nice. Höhere Ausgangsstufe. Nimm ich. Nee, nicht Ritualen. Nee, nee, nee. Wir müssen wir grad grad gar nicht machen. Ich wollte Doktorin noch mal gucken. Aber es läuft noch ab. Oh, Mann. So krank. Ich brauch eine Entensuppe. Bitte. Ich glaub's auch. Wo ist denn die Pseudo-Ente? Ja, das ist ja auch witzig, ne? Die Pseudo-Ente, die ja eigentlich gar keine richtige Ente ist. So Mock-Tag? Och nee, nicht schon wieder Schicksal. Ihr wollt das doch gar nicht. Ihr wollt das doch gar nicht. Ah, ja, doch, nehm ich. Ist okay. Alles mein Holz. Spylo ist am Machen. Das ist Official-Ente. Ach, daneben sitzt die Fake-Ente. Können wir sie nicht irgendwie umbenennen oder so? Geht das nicht? Dankenlesen. Ist das doch... Hätte ich gewusst, dass das dann irgendwie auf einmal dann... später funktioniert. Jetzt haben wir einmal Mock-Tag und, äh, ja gut. Oh Gott, da kommt das Schicksal. Fällt mich wieder jemand tot um? Passiert einfach gar nichts? Hä? Okay, ja, nehm ich auch. Das ist in Ordnung. Beschwärm mich nicht. Hier nochmal. Ressourcen-Wein. Ich hatte keinen Overlay. Okay. Ja, okay. Eigentlich ist es ja auch deaktiviert. Stand ja zumindest wieder da. Eigentlich dürfte es gar nicht da sein. Das ist schon die ganze Zeit. Ging jetzt halt verwunderlich. Es könnte doch einfach funktionieren, ne? Das ist das Kackehäuschen hier. Ach, Geld. Geld kostet das auch? Und hier Gold und Geld. Äh, Gold und Holz. Mist. Ach ja, ich sollte ihn mal füttern, dann, äh, könnten wir wieder Leute entsenden. Und dann würde ich gerne mal wieder los hier. Es ist echt eine Menge zu tun. Habe ich nicht gedacht. Moment. Oh Gott, nee, nee. Wenn Mujo wieder was will, gehe ich gleich wieder, ne? Erweiterung hat so einen richtigen Montag. Ja, warum nur, frage ich mich, ne? Spino wird bald sterben? Wie das? Nicht wässern. Oh, ist ja gut. Was ist denn los? Mit deinem Geld? Okay, keine Ahnung, was das eben bei Mujo nur sagt. Kunde ignoriert hat. Da fand das nicht witzig. Bettruhe. Hat noch jemand irgendwelche Probleme? Wir haben jetzt vier Leute, die krank sind gerade. Die sind ja quasi fast gesund. Ich habe kein Geld mehr, um die Betten zu erweitern. Ja, das ist üblich. Und Tim liegt tot im Grab. Ich würde sagen, das will ich nochmal am Montag, ne? Immer sind die anderen schneller. Mhm. Ja, puh, puh, das wird schon noch. Ähm. Hä? Ich kann auch nicht reisen? Oh, Kinders. Ich starte es noch einmal neu. Wenn es wieder irgendwelche Probleme gibt, dann war es das eben für heute. Es ist doch dämlich. Es ist doch richtig dämlich. Dass einmal einfach alles abschmelt bei mir hier. Oh, Mann. Nee, aber dann ergibt es vielleicht auch Sinn, warum sich gerade die Erweiterung nicht geöffnet hat. Weil das Spiel schon wieder eigentlich tot ist. Gar nicht arbeitet. Ja, ich hoffe, ich hoffe, es hat geschmeckt. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Ich bin echt nicht viel begeistert. Also, mal gucken, wie der aktuelle Stand ist. Ihr seid ein bisschen unzufrieden. Ich müsste doch mal ein Ritual machen. Bisschen krank sind sie ja auch hier, die ganzen Leute, ne? Und das geht jetzt auch wieder. Na, okay. Jetzt ist es doch gelohnt. Komm mal ran hier. Hmm. Ein Ritual, das ein Anhänger ermöglicht, zwei Tage und Nächte durchzuarbeiten. Ach, ich dürfte auch schon schlafen. Ein Ruhetag. Deine Anhänger werden einen Tag lang nicht arbeiten. Dafür 80 glauben? Das ist okay. Ihr dürft doch mal chillen bei mir. Dafür, dass ich euren Glauben kriege. Ich will die drei. Dass es klappen würde, ne? Glob. Hat sich... Achso, annehmen, ja. Ähm. Jetzt muss ja ich heiraten, ne? Ich will gar nicht heiraten. Mir geht es eigentlich total gut. Kann ich dann erst wieder heiraten, wenn mein Partner tot ist? Oder kann ich trotzdem einfach wieder irgendwann heiraten? Ich wollte ja noch, ähm... Weil Shadow bestimmt ganz tolle Freund wird. Braucht das doch gerade, ne? Wenn ich jemanden im Knast habe und dann, äh, das Spiel wieder starte, stehen die Gefangenen irgendwo anders. Okay, gut zu wissen. Ich werde jetzt Shadow heiraten... Der Shadow ist so 47. Ich werde keinen alten Knacker heiraten. Ähm, naja, komm mir. Haha, alles klar. Ich nehme sie einfach alle. Ja, gut. Der ist echt schon alt geworden. Awww. Voll süß. Weil Shadow wollte ausdrücklich nicht wiederbelebt werden, ne? Eine gute Hochzeit. Alle haben die Hochzeit genossen. Du hast den Glauben gesteigert. Ach, du kannst so viele Anhänger heiraten, wie du möchtest. Ist ja immerhin dein Kult. Dein Harem. Dein Ding. Allerdings waren deine vorhandenen, äh, Ehepartner mit jeder weiteren Hochzeit immer eifersüchtiger. Ja, aber guck mal, das Ding ist voll, ne? Easy. Alle geweckten... Achso, stimmt. Ja, ihr doch weiterschlafen. Sorry. Sorry, dass ich nachts geheiratet habe hier. Es tut mir ein bisschen leid. Oh, halt, halt. Ich muss unbedingt mal ein bisschen mehr Essen besorgen für euch noch. Ich kann euch nicht immer nur Gras geben. Das ist nicht so lecker. Und irgendwie läuft das mit diesem... Sich um die Pflanzen kümmern auch nicht so gut, ne? Ich hab nicht mal so viele Felder angelegt. Hm? Das darfst du nicht niemals. Die muss doch meinen Friedhof füllen. Und ich bin einfach prauk. Richtig schön prauk. Hä? Gut, Kotzi haben wir im Griff. Der Rest auch. Überlebt er schon, oder? Ein Zäppchen? Hm. Was gibt das denn? Krankheiten? Ich würde die halt auch gerne sortieren nach weniger tödlich oder so. Achso. Das ist minus fünf Glaube. Die Bären sind halt eigentlich mit am besten. Die Bären? Das ist eine Erschöpfung. Ist halt auch nicht so schlimm. Keine Ahnung, wer dann Hunger hat. Der kann sich dann bedienen. Warte, ist das Totem schon wieder voll? Ne, ach, ich hab noch Zeit. Den schicken wir jetzt mal auf Botengang. Ich brauch halt ein bisschen Cash in die Tash. Drei Tage? Was ist denn da los bei euch? Ein Tag. Shadow. Ja, dann. Ihren Mann. Er hat es beim letzten Mal voll gut gemacht. Ach, stimmt, ich brauch Geld, ne? Suri, was ist los? Anführer. Skeptiker und Ketzer haben ihren Weg zu unserem Kult gefunden. Sie verfluchen unseren Lebenswandel. Aber sie wollen beitreten. Sollten wir sie willkommen heißen? Ja, doch. Lieber ein Ketzer als gar keinen. Äh. Ein Abbrünniger. Ja, das ist ja easy. Ich hoffe, dass es jetzt einfach auf Anhieb klappt. Wehe, wenn nicht. Ganz ehrlich. Wehe, wenn nicht. Es ist einfach außen vorbei hier. Ihr dürft jetzt doch mal ziehen. Ich hatte gehofft, wir kriegen heute mehr. Aber das Spiel kackt mich gerade jetzt einfach nur an. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Eine richtige Beerdigung, wie, dass die Leute zugucken und auf Wiedersehen sagen. Die kriegen dich auch schon wieder auf die Beine gestellt. Ich glaub noch, das ist irgendwann bestimmt. Drei Teilnehmer. Mehr geht noch. Mehr ist noch drin. Wenn nicht heute, dann morgen. Okay, dann. Ich mein eher übermorgen. Aber. Na? Fufu, Lexi, seid ihr mit dabei? Rette frage ich gar nicht erst. Die ist schon zweimal vorhanden. Geht sowieso nicht. Ich weiß aber. Ich bin echt gespannt, wie das so läuft noch. Ganzes Spiel. Ah jo, sehr gut. Ah, wie geht das? Du müsstest, ähm, ja, gute Frage. Am Handy wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, aber irgendwo müsste jetzt was im Bildschirm sein. Im Bild. Verknüpfen oder, also entweder rechts oder unten. Da ist so ein, äh, Pürchensrumsens. Ist so ein Tablet drin? Was ist besser als ein Newbie im Kult? Genau. Zwei. Oh. Aber ist es dann wirklich noch ein Newbie, wenn es schon ein Newbie gibt? Geht das überhaupt? Ich warte. Ja. Jawohl. Wie wir figuren das out? Irgendwie, ne? Vor allem wird das auch erstmal ein Abtrüniger sein. Das heißt, wer auch immer jetzt gezogen wird, landet erstmal in den Knast. Es tut mir leid, aber... Es sind die Regeln. Was ist der Untergang? Ich muss mich ganz zusammenreißen. Ich habe gerade Schokokrossis hier stehen, aber in Ballform. Hier haben wir auf mich gewartet. Ich kann nichts drücken. Mano. Müssen wir dich beim nächsten Mal einfach manuell reinpacken? Zugestimmt rechts? Ja, wenn rechts... Also, ne, es muss halt irgendwas im Bild sein. Im Bild. Mit was bist du denn gerade online? Wir sind ein Kollektiv. Widerstand ist zwecklos. Es ploppt immer wieder aus. Es ist doch dämlich, oder? Man muss eigentlich nur einmal drücken, glaube ich. Dann müsste da stehen, dass man dabei ist. Aber... Wir können doch einmal abbrechen. Wenn eine Katastrophe jetzt auch Probleme hat, machen wir einfach noch einmal. Und dann... Bis mindestens drei oder vier Leute jetzt drin sind. Mindestens. Hä? Bis es so schwierig ist. Also, ich glaube, wenn es einmal geht, dann geht es auch wieder, ne? Hm. Ich glaube, es ist heute einfach verflucht. Vier sind es jetzt so. Müssen es fünf sein? Hier ist nichts. Ich mache die ganze Zeit nichts anderes außer warten. Wir hören ja nur Beschwörungsmusik im Hintergrund. Ist ja alles entspannt hier. Viel Spaß. Alles klar. Danke, Shadow. Ich hoffe, du bist glücklich über unsere Hochzeit. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke nochmal. Und bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Es sind fünf Teilnehmer. Ja, jetzt. Sehr schön. Guten Nacht. Ziehen. Die Mühe hat sich nicht gelohnt. Lexi. Immerhin. Sehr schön. Die Mühe hat sich auf jeden Fall da schon mal gelohnt. Es ist halt ne... Stream neu starten. Irgendwie 10.000 Cookies durchgehen. Irgendwie 30 Mal mit Twitch verbinden. Ich habe auch schon sehr geflucht. Mhm. Sehr. Also mittlerweile haben wir auch ne kleinere, großere Auswahl an, ähm... Leuten. Am Anfang ist es halt leider ein bisschen minimiert. Das ist immer ein bisschen kacke dann. Aber wenn es jetzt schon mal geklappt hat, dann hoffentlich beim nächsten auch wieder einfach. Kann ich stressieren. Ah, süß. Sieht schon sehr, sehr ähnlich aus. Mhm. So. Oh, guck mal. Erhaltet glaube ich beim Bau besserer Unterkünfte. Jawohl. Jawohl. Und dann guckt, dass ich euch im Bett organisiere, ne? Umherziehen erst mal hier. Ich hätte das vielleicht im Knast machen sollen. Ich bin so dämlich, ne? Halt, warte, stopp. Erst einsperren und dann umherziehen. Aber das Twitch-Ding hat sich wieder disconnected. Das will einfach nicht. Das Beitrittslung läuft dann immer noch auf. Es ist halt im Arsch. Guck mal, jetzt ist nämlich wieder dieser Twitch-Fortschritt weg. Speichern. Lexi ist ja jetzt im Knast. Hauptmenü. Nochmal kurz rein. Oh, nochmal rein. Ich will nicht, dass es jetzt klappt hier. Oh, Tim, danke schön. Das ist aber Lexi. Sehr gut. Es ist immer noch kaputt. Kein Bock mehr hier. Ist doch scheiße. Scheiße ist das. Wo liegt eure ganze Scheiße? Dahinten liegt die Scheiße. Was hat beim letzten Mal so viel besser funktioniert? Haben die irgendwas in der Zeit jetzt, in der letzten Woche, da verschlimmessert? Kann das sein? Wow, du hast es geschafft, wahrlich. Du bist ohne Makel. Danke, große Anführer. Ja. Ach, sehr gut. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Also es müsste ja eigentlich auch das andere wieder da sein. Jetzt ist es wieder da. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Aber Betten fehlen halt gerade, weil ich kein Geld habe. So leid. So schlechte Anführer hier. Nicht mal grünen Betten habe ich. Aber Essen habt ihr? Ich gehe noch einmal Geld sammeln. Einmal gehe ich noch mal los. Ich habe kein Geld, Mann. Ich hätte noch mal den Zehnten einsammeln können. Ach, verdammt. Ich dachte immer, das würde nur einmal gehen. Aber ich glaube, ich kann schon einmal bei jedem sammeln. So, auf geht's. Einmal einfach schnell die Schnitzeln hier. Ich würde es auch kein Gras einsammeln, weil Grasmahlzeiten nicht so beliebt sind. Ah, mein Leben aufs Spiel gesetzt hier. Kritischen Treffer. Sehr gut. Katu, alles klar. Viel Spaß mit Netflix. Felix, was guckst du denn? Jetzt kommen sie wieder alle an hier. Dadan erzählt mal. Fünf Zacken eines Pentagramms. Fünf Zeichen des Untergangs vorab. Fünf Geschwister Seite an Seite. Fünf Götter und ein Grab. Shamura, wir wollen dich nicht stören, aber... Die rote Krone wird jeden Tag stärker. Sie war sogar bereits schon erfolgreich, wo er zuvor gescheitert ist. Eschi wurde niedergestreckt. Fünf werden zu vier, werden zu drei, werden zu zwei, werden zu einem und der wird zu nichts. Gut, ich aus. Wir erledigen das. Werden wir doch. Kalamar. Ja, Schwester, natürlich, Schwester. Ach ja, guck mal hier. Ich würde schon sagen, Heldkett ist ja natürlich... weiblich, hm, sieht man sofort. Stimmt, Deko. Ja, wir haben gerade noch ganz gut. So schlimm ist das nicht. Knie nieder, du wirst es bereuen. Ich glaube nicht, ne? Ich kniefe an niemanden. Nein! Shit! Fuck. Ich bereue es wirklich. Aber was wäre dann passiert, wenn ich mich hingekniet hätte, ne? Wir tun uns nichts als einfache Anhänger, die sich an einem unbekannten Ort verlaufen haben. Der große Soso hat uns geschickt, um mehr von seinen geliebten Gehirnwäschepilze zu finden. Er interessiert sich nur für Pilze, er wird immer wahnsinniger. Aber als wir hier ankamen, wurde uns bewusst, dass wir nichts wissen, wie man Pilze findet und jetzt haben wir zu viel Angst, mit leeren Händen zurückzukehren. Wenn du ihm Pilze bringen würdest, würde er dich sicher belohnen. Du findest ihn bei der Sporengrotte. Hurra! Geil. Sieht total einladend aus. Toll. Okay, das kann ich auch nicht mitnehmen. Ach, schade. Die Knochen sind nicht kaputt gegangen. Nur die von den Leuten, die ich bekämpft habe, ne? Müssen wir eben nach oben rennen. Also quasi jetzt noch drei, vier Räume, nur zum Kämpfen. Oh ne, Bori, Hallöchen. Das ist eine Töne. Ein Fisch? Ach, nix Fisch. Nein, die ist nicht mehr krank. Immerhin mal gute Nachrichten hier. Ach, Mensch. Kampfmusik. Hurra! Noch ne Heizkette. Ja, schöne Scheiße, ne? Oder ist das nur versteckt? Die Räume wurden schon wirklich geändert, ne? Ich muss jetzt überall kämpfen. Vielleicht kommt es beim zweiten Mal nicht nochmal. Falls ich jetzt versagen sollte. Äh... Halte die Taste gedrückt und lasse ich beim Ziel los, mal explodieren zu lassen. Was hab ich denn gerade noch? Geringer Schaden, aber schnell. Nee, dann nehme ich das mit, das ist von Pierschwert. Vielleicht ist das ja nützlich. Mal gucken. Eieiei. Oder wir rennen halt einfach direkt rein. Das war ja eklig. Ich hab mal 48 Gras, haben wir ja trotzdem noch. Das geht schon. Wir müssen durchspeeden, wenn es geht, hier halt nur. Über das Schicksal entscheiden, geht es diesmal? Müsst ihr eigentlich, finde ich. Aber ich bin der Meinung, es kann sein, dass wirklich das damit zusammenhängt, dass irgendwie was kaputt geht. oder schon kaputt ist. ganz klar leben. Oh mein Gott, ich sollte mich beeilen. 30 Sekunden unverwundbar. 30 Sekunden unverwundbar. Geil. Darung. Was ist das wirklich wert? was ist das, was ist das, Und das ist das. Was ist das, was ist das? Ich bin der Meinung, Gott. Ja, bischö. Sanftplätschert der Brunnen. Okay. Der Kronenbrunnen. Hätte ich echt schon Bock, den irgendwie so in die Mitte zu stellen. So übers Essen halt. Über die Farm. Gucken. Ha! Ich hab so Bock, ne? Ich würde einfach morgen früh anfangen, Ich habe einen PC neu aufsetzt und wir sehen uns dann abends wieder zum Streamen, ne? Kriegt das hin? Kein Ding. Ah, herrlich. Warte, warte, warte. Hä? Da lag nichts mehr. Aber okay, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wo auch die Pilzsporen gut sind. Lieber erst die Items bekommen und später wissen, was ich damit mache, ne? Ah. Kackding, ey. Die Pilze, die jetzt halt schon gerne mitgenommen. Ah. Das ist doch nichts. Mehr nur, noch. Ich renne, ich renne, ich renne. Ja, ging doch. Ich dachte, wie sie schon mal werden können. Und dann ist das Geld wieder drin. Ich weiß, ich wollte eigentlich mit dem Geld los, aber ich wollte halt auch gucken, was passiert, wenn ich ihm mein Geld gebe, ne? Dass ich jetzt halt nur essen bekomme, ja, hätte halt auch was anderes sein können, ne? Ich gehe noch mal runter. Auf jeden Fall. Todesstreich? Papierarzt. Nein, 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 nimm das doch mit. Wobei, ne, es ist ja, ne, ne, ist okay. Lieber mehrere Richtungen angreifen. Renne, 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 wie der düsen geht's. Nice. Kann ich euch endlich ein paar Bettchen bauen? Endlich. Kann ich euch endlich ein paar Bettchen bauen? Endlich. Das war knapp. Ah, ich bin voll geheilt. Voll gut. Gut. Und Sporen. Und Sporen. Ich bin Pfeffer. Das war das der halt nicht mehr rumnervt. Das kommt mit und das kommt mit und wir sind bei 160 Knochen, das ist okay. Also fürs nächste Ritual sind wir auf jeden Fall gewappnet. Und 106 Knochen. Und 106 Knochen. Au, 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 au. Shit. Wogegen kämpft denn der? Oh Mann ey. Richtig unpraktisch. Also, so ein fies. Aber die Sporen einsammeln. Und hierdurch im Besser? Ja, gerne. Ich muss wieder aufpassen, der andere Job wieder eine Bombe, dass es nicht mich erwischt. Mit den anderen da rum zu hantieren, werden wir auf jeden Fall zu kritisch. Öh! Rechts oder links? Hier wieder falsch laufen, richtig? Ja. Gut, Mann. Also, falsch im Sinne fand ich glaube, richtig. Ich ging an die Blümsteine fest? Blop, 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 blop. Oh Mann ey. Wobei, hier ist ja sogar Ende. Bin ich ja doch richtig. Und geheilt. Voll gut. Tim haut hier auch immer nur raus. So viel zu voll geheilt. Ja. Eh nicht. Und das Bonus-Herz ist halt leer. Das ist okay. Ah! Nein. Nein. Oh Gott! Oh Gottes Willen. an dem kann ich mir auch vorstellen dass er mal irgendwann an der falschen stelle rumhängt was soll ich denn da machen egal ich habe ein bisschen geld mit nach hause gebracht ich wollte sowieso noch mal rein es hat nur ärgerlich wobei essen habe ich ja noch relativ bezahlt das essen also auch mit den vier herzen hat sich viel gebracht der andere war super easy jetzt so bei eigentlich schädel ist zurück sehr gut ja geh mal gehen wir schlafen erst mal noch geld collected ja und dann darfst du schlafen gehen knutsche den ehepartner koma koma warte bleib hier du hast doch gar kein geschenk bekommen ne großes großes geschenk ja das ist toll ich wollte dich die ganze zeit ins bett schicken ne hat er jetzt trotzdem schon geschenkt bekommen aber jetzt darf er ins bett gehen jetzt bin ich fertig mit dir wo fang ich jetzt an und die schönen vögel waren hier wieder dran ne so ne scheiße die sich hier wieder nicht kümmern ne um meine schönen bieren ach man ich dachte das würde nicht mehr funktionieren hier hier du hallöchen also mir geht es ganz gut bin ein bisschen fertig und kaputt weil das spiel überhaupt nicht heute sehr aber sonst ist gut ich hoffe jetzt auch okay ich will nicht betragen die schwächen ja alles gut und wir bekommen noch vielleicht noch mein anhänger nein stein dann könnten wir gucken ein bisschen deko bist du nach zwei ja 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 geht ein bisschen schneller ach nee das video ist auch geil was machen wir denn was haben wir denn noch für möglichkeiten wir haben hier noch den weichstuhl propagandasprecher ok ich müsste mich halt nun mal wirklich täglich um die leute so ein bisschen kümmern ne das wäre eigentlich geil alles ok soweit sehr schön sehr gut das freut mich jetzt können sie wieder alle weg hier aber war das zählt das denn richtig wenigstens von den ganzen beiträgen baut das hin es fehlen noch zwei betten ne ja hier einmal komplett durchgehen eben muss halt mal sein ich werde hier angegriffen bei meiner gärtnerarbeit das ist voll fies und ich möchte jetzt auch noch jetzt einmal komplett alles durchgehen noch zwei betten bauen dann halt auf einmal sauber gemacht noch einmal predigt vielleicht ich würde das noch schnell hin bevor der tag anbricht upsie 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 das musste sein wenn man jetzt nämlich schon eine predigt und dann gleich den nächsten tag nochmal dann haben wir es kommen sie ran meine kleinen jünger 20 25 28 nice 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 ihr dürft schon wieder entscheiden ach nö alle geh weg vom schlafen abgehalten ja gut okay vielleicht das war ja eklig komm zurück Tim Tim ist nicht länger ein abweichler hm so könnte man es auch bezeichnen ja und Tim lebt wieder Spilo ach hier kann man nirgendwo hin machen wir brauchen mehr Toilettenhäuschen ich würde sowieso erstmal gerne eins bauen aber wir können auch vielleicht zwei bauen ja Tim du lebst wieder da bin ich wieder ja schön dass es geklappt hat ich habe mich den ganzen Tag gefragt so okay wann muss man hier irgendwas noch machen damit man das noch nicht kriegen kann aber gut wir brauchen erstmal zwei normale Bettchen noch ich hoffe dir hat jetzt keiner dein Bettchen geklaut ne ist ja schon ein bisschen fies es ist dieser blöde Baum da ach Mensch ich bin gedacht ich bin gedacht ich bin gedacht du ein neues Bettchen aussuchen ne ach einmal ausgraben na guck mal das neues bettchen wieder toll ja auch notwendig glaube ich war wirklich notwendig für mein toilettenhäuschen bin ich hier viel am platz da hinten ist das wieso habe ich denn immer noch keine von diesen einsammeln okay also ein bisschen ein bisschen fehlt aber noch eins wo machen wir die kakakuko dinge hin ich würde hier vom essen eigentlich fernhalten können wir vom friedhof bauen würde ich sagen nur schon mal hier ein kakaus einer muss zum arbeiten da hoch fällt sieht gerade okay aus ach lexi ach lexi lexi müssen wir hier um erziehen bist du noch fast na du das habe ich dem kurs schon beigetreten ich glaube noch nicht nee momentan irgendwie heute echt probleme wir haben jetzt tatsächlich einen platz heute verschwendet verschwenden hätte es hätte es geklappt hätten wir einfach nur eine ente und noch jemanden gehabt aber irgendwie ist das ist echt kacke momentan was ist denn das symbol oben schon wieder ach so abweichler okay ich muss das mal merken jetzt kommen sie wieder alle beten wir haben jetzt ein toilettenhäuschen wie geil ist das denn einfach ist egal wenn man verstorben ist na aber es ist trotzdem immer übel aber du bist ja wieder da ist ja gar nichts passiert hier hinten ist die beliebte kack gegend ich würde gerne noch das zweite kackhäuschen jetzt bauen ja dann muss aber mal ist schon ich koche noch schon ich koche noch schnell probieren hier rin werden knapp essen zeit kommt meine klein danach gibt es direkt eine predigt hier und lexi sieht echt nicht gut aus wie schnell das geht nein mir fehlt schon wieder einmal geld hallo bitte hallo travi geht's heute so ja finde ich auch toll toll tag um mir dein geld zu geben es wird schon richtig hübsch werden jetzt haben wir schon kackle und naja gut ne wenn zeit kommt der kopfzeit beim essen also wir alle fleißig dankeschön für ein abo für spaß mit den emotes vor allem danke war das nicht sogar verwirrt aber sieht anders aus damit die ressourcen schon mal für das kack häuschen wo noch ein reinigungs häuschen einmal holz und noch viel mal gold wir machen aus den dingen machen wir golden aus gold nach also aus aus geld völlig kann für sich dachte aus den klumpen machen wir die barren aber das ja okay immer uns beide quatscht gerade für einen guten witz erzählt ich unterbrechen oder so ne ich wusste dass du es schaffst ja das ist ja wirklich so eine kleine spende ne immer tote beigetragen sehr gut keine ahnung kann irgendwer sein ich nötige auch nicht so oft ne ich habe ab für unterbrochen wie das denn hier der war da unten der war auf toilette ich habe gar nichts unterbrochen schwachsinn ach da kann nur fünfmal pupu rein jetzt fehlt ja auch der balken also immerhin geht die aller artig scheißen ne ich liebe das spiel es ist es super es ist richtig gut es fällt mir halt nur schwer irgendwie so einen geordneten tagesablauf zu machen irgendwie jetzt steht da wieder fast rum ich wollte eigentlich predigen und so weiter dass es notwendig wäre aber ich kann es halt machen ich hätte gerne so viel gebaut aber ich habe kein geld dafür ornamental aufkloppt vielleicht naja trinken für die wir das sind die ich habe es wird mich jedes mal dass die hier drin sind ja immer nach und nach irgendwann wird es hübsch werden die ordnung ist wieder hergestellt würde ich sagen ich habe dafür kein geld mehr nach 30 das ist das so teuer die frage ist auch wie viel ich denn ringsrum stellen darf was ich für eine reichweite haben kacke ich habe irgendwie gehofft dass wenn man die farbenheit hat dass sich das verbessert es gibt auch verbesserte farben aber ich weiß nicht ob das funktioniert dass sie dann auch die vögel fernhalten man kann ja zur not abreißen für den beispiel brauche ich auch drei von den blöden steinen teile noch es geht eigentlich echt schnell muss ich sagen um wandeln es ist zwar ein tag vorbei aber auch neues zu unten haben wir ja alles die farmer können deine feldfrüchte für dich ernten und seiner truppe deponieren das ging noch nicht wer wer ganz tür noch kirche ne da gibt es nichts aber ich kann bei den leuten einzeln ich könnte aber noch die anderen leute gerade besuchen mit mir ich nutze das alles nicht mach mal noch ein dünner silo alles gut alles gut ja ich gehe auch schlafen ich bin raus gute nacht fast schlaf schön dank für das vorbeischauen und alles vor dem altar ist eine kiste die habe ich lange nicht gesehen und ordentlich geld rausbekommen also vor dem hier nicht also ich habe hier nichts kiste muss man wahrscheinlich jetzt upgraden oder so was ich jetzt mal machen müsse nicht packen sie sonst die restlichen sachen hin ach gott das stein ding fehlt mir ja auch schon wieder ne geld geld ist so mein größtes problem einfach aktuell ich würde mal ganz kurz reisen zu den anderen orten ich kann da zumindest ein bisschen glauben abholen ich könnte auch ein paar missionen vielleicht noch erledigen wie halt hier das angeln vielleicht bringt das auch noch mal ein bisschen geld mal gucken so gesehen ist seit 15 auch nichts aber es sind 15 sehr notgroschen ich könnte auch den ganzen tag nur dieses mini spiel spielen das ging auch ja nicht gesehen gab es ja also man kann halt auch hier für geld spielen man könnte auf zehn wetten und dann gewinnt eigentlich sehr gut was dauert ziemlich lange eine runde spielen halt ne ich gehe jetzt mal ganz kurz zu dem pilzmann zu dem magischen pilzmann die machen wir aber auch aus ja genau da war ich mich eben noch nicht ähm ich gehe gleich durch ich grüße dich reisender ich bin das natürlich so so pilzforscher ich schätze das macht mich zu einem champion der champignons nur ein kleiner witz den so so gerne macht ja ja pilze sind so leidenschaft aber so braucht mehr so braucht immer mehr was für so zu sammeln ja ja so so kann sein anhänger da draußen nicht trauen sie lügen sie stehlen sie flüstern sie sich geheimnisse zu über so 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 weiß es einfach so so wird alles tun er wird an deinem altar beten so so widmet sich mit leib und seel einer sache so so reißt dir den kopf zeigt dir wie du die kraft des pilzes nutzen kannst damit sie sich die zerbrechlichen kleinen köpfe dann anhänger deinen wegen öffnen aber du musst nicht weil so so anwenden oh nein so so wird dir freiwillig folgen solange du so weiter pizze bringt es wird alles richtung nimm den weg nach anura und so pilze für so sie werden jetzt da sein der mal gucken ich habe doch pilze ich dachte ich kann mir dann was aussuchen naja wir haben uns eine hübsche anhängerform hat sich gelohnt ich bin auf mein geld ausgegeben ein splendor pilz versteckt das ist ja cool einfach random versteckt hinterm zelt hier voll geil ich brauche zehn ich habe drei hier dritte silken hier mit dem wollen ja auch wieder geld hat den karten oder für pilze ja natürlich für geld tschüss so traurig hier war ich jetzt überall ja ach man ey so ein schweine ich ja irgendwie so eine art biesan tier ich weiß nicht ob sich das gelohnt hat ich weiß echt nicht ne apfel ich spüre meine knochen knuschen und meine sehkraft schwinden mein herz sinkt im wissen dass ich mein leben in einem dienst verbracht habe mächtiges lamm ihr habt schon wieder ein schicksal steht aber wir hatten ein hohes alter was machen wir mit ihm ich glaube wurde erhöht danke was weiß was weiß wird zeit ihn eigentlich zu opfern du kannst auch tanzen wenn du alt bist es geht auch immer noch das ist gut dann kümmern wir uns das nächste mal um apfel das wird schon noch lex mal nach hier befreien schade und lacht sie direkt aus kann sie auch raus da du bist frei frei und ein bett fehlt ich nicht eins extra gebaut ach eins ist kaputt jetzt haut das auch wieder hin genau die leute sind verpflegt es ist sauber die haben ein bisschen hunger das ist immer okay mal die bietet denen das gefängnis an ist auch in ordnung völlig in ordnung aber ich bin durch für heute also ne das ist dieses problem bei dem spiel ich kann immer nicht aufhören ich soll es echt morgens immer spielen abends ist ungünstig das tut richtig weh aber es hat wie immer sehr viel spaß gemacht auch wenn es teilweise keinen spaß gemacht hat weil es nicht funktioniert hat ich hoffe ihr seid glücklich und zufrieden in meinem diensten gestorben oder eben noch nicht heute und hattet ein bisschen spaß ich hoffe auf jeden fall dass ich zurück bin wie gesagt ich mache jetzt erst mal pc fresh und dann gucken wir die tage wie es weitergeht der respekt bleibt so ein bisschen spontan nur dass ich dann auf jeden fall am donnerstag pen and paper ist ach so und es kann auch gut sein dass es erst später anfängt also so 18 30 oder irgendwann was mit der zeit müssen wir da so ein bisschen spontan gucken also wie eigentlich immer so ein bisschen auch dankeschön das freut mich ich sehe schon was perfekt